3, 2, 1, Servus, nee, das ist... Falsches Format. Falsches Format. Ich war im Video. Okay, wir fangen jetzt wirklich an. Shisha-Cast, Episode 29, für euch eine Woche vergangen, für uns nur wenige Minütchen. Wir haben kurz mal Luft geholt, einmal gelüftet, neue Kohle gelegt, neue Köpfe gebaut, jede einmal kurz Pipi-Pause. Und jetzt starten wir wieder rein, Folge 29. Die letzte Folge ging ja über unsere Reise nach Spanien, unseren Trip mit Hukain nach Spanien, nach Andalusien, genauer gesagt nach Chiclana. Und dieses Mal haben wir uns auch wieder ein sehr schönes Thema ausgedacht, über das wir heute reden werden. Und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern auch den Alex. Einen wunderschönen guten Tag. Lange nicht mehr gesehen, Marvin. Ewig ist es her, mein Junge. Ewig ist es her. Wie oft haben wir den Jog jetzt eigentlich schon gebracht? Schon viel zu oft, glaube ich. Schon viel zu oft, okay. Werden wir beim nächsten Mal auch wieder bringen, weil wir dann wieder nicht dran denken. Klassiker, Klassiker bei uns. Alex, wie geht's dir denn seit der letzten Folge? Alles tut ihm. Da hat sich nichts großartig verändert, ja. Ein bisschen mehr Hunger als beim letzten Mal, ne? Ich wollte gerade sagen, ein bisschen mehr Hunger habe ich mittlerweile. Aber ansonsten? Ansonsten geht es eigentlich noch. Aber wir müssen durchziehen. Wir haben stramme Pläne heute. Die erste Folge haben wir ja schon aufgenommen. Die nächste nehmen wir jetzt auf. Folge 29. Das heißt, nächstes Mal ist sogar schon Folge 30 dran. Richtig krass. Aber wir haben langsam auch ein echt gutes Tempo drauf. Das stimmt. Vor allem, wir haben mittlerweile wirklich einen Aufnahmetag. Also mittlerweile ist eigentlich fast jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag so, ja komm, das Schichtercast aufnehmen. Okay, wann bist du da? Und let's go. Ja, wobei Freitag eigentlich nicht der optimale Tag ist, ne? Eigentlich nicht. Weil wenn wir mal Freitag eine Folge brauchen und wir Freitag erst aufnehmen, dann haben wir echt ein Problem. Vielleicht sollten wir das vielleicht so ein Mittwoch legen oder so. Können wir uns nochmal überlegen. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir aktuell so durchziehen, wie wir durchziehen. Wir sind nicht ganz wöchentlich. Hier und da gibt es auch mal eine kleine Pause. Aber wir sind besser dran als alle zwei Wochen. Ja, das stimmt. Und ich meine, schlechter als wie es die ersten paar Folgen gelaufen ist. Ja gut, müssen wir jetzt glaube ich nicht drüber reden. Lassen wir einfach mal außen vor. Wir kommen zur Folge 29. Wir haben geklärt, dass es uns beiden wohl ergeht. Ja. Wir sind beide, man kann sich nicht beschweren. Das haben wir auch schon geklärt im letzten Cast. Und wo man sich noch weniger beschweren kann, ist, wenn man ein schönes Pfeifchen anhat. Ist das denn bei dir der Fall? Das ist bei mir der Fall, Marvin. Sehr gut, Alex. Ich habe nämlich immer noch die Mose-Rarity in der Squad-Variante am Start auf der Milling-Cut-Mini in Schwarz. Diesmal habe ich, ich habe natürlich den Kopf gewechselt, wir haben den Wurstgrimster Killer Ball. Ich weiß gar nicht, ob der einen eigenen Namen hat. Ubi Waschka. Ubi Waschka. Ubi Waschka. Okay. Ist nämlich ein Kopf, der nochmal in Sammlung fehlt, weil ich finde ihn persönlich als Mählauchkopf auch sehr, sehr geil. Fast aber einiges an Tabak. Richtig. Genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Der hat ein Problem, der frisst sehr, sehr viel Tabak. Läuft dementsprechend aber auch lang. Ja, genau. Da oben drauf einer Kranie und drinne habe ich Sexy Schieber zusammen mit Strollich. Nachmacher. Ich habe mir nämlich auch einen von SK geschnappt, von Shisha-Kartell. Irgendwie ist das jetzt als SK in meinem Kopf geblieben, ne? Ich sage immer SK, aber von Shisha-Kartell. Ich habe auch den Sexy Schieber drinne. Ich habe mir dazu gemischt den Pinkman und Bloody Punch. Mischung kann ich definitiv empfehlen. Finde ich sehr gut. Und wo wir gerade kurz über den Sexy Schieber reden, der hat sich ja abgeholt, ne? Als jemand, der normal nicht gerne Exotic Stuff raucht. Ich finde das krass, weil ich war wirklich auch beim ersten Event bei der Präsentation, wo die gesagt haben, Sexy Schieber, Mango, Maracuja und ich schon so, ach nee, bitte nicht, Leute. Der Alex, der war halt... Und dann haben wir den ja dort geraucht, in dem guten Kaminzitter. Ja, gute Kaisersabo. Und es war dann so, ja, ist halt da. Und mittlerweile, seitdem ich es zu Hause habe, der hat mich richtig abgeholt. Das ist krass. Ich muss sagen, mit dem Sexy Schieber habe ich auch eine meiner Favorites an Mixing Sessions gemacht. Krass. Und die war? Mit Sexy Schieber. Obviamente. Mit Queezmove. Und Team Orange. Ah, echt? Brutale Mische. Okay, muss ich mal... Warum sagst du mir das jetzt, nachdem ich den Kopf gebaut habe? Weiß ich, ist mir nicht eingefallen. Perfekt, ich danke dir. Kein Problem. Ja, Shisha-Kaste, professionell wie eh und je, Freunde. Wir sind ja nichts anderes gewohnt hier. Ja, aber hat mich auf jeden Fall extrem abgeholt. Ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. Ja, ich rauche auch noch die Simulation Pro X Prime, also die zweite Generation der Prime Pro X. Obendrauf den Shades Tuan, Onmo HMD, Tabakmischung. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Hast du gerade schon gesagt. Habe ich schon gesagt. Hör mal hier. So, auf jeden Fall haben wir beide ein schönes, gemütliches Köpfchen an. Wir haben beim letzten Mal noch ein paar Real-Life-Sachen ausgelassen, über die wir eigentlich noch reden wollten. Das werden wir heute nachholen. Und dann haben wir das große Special-Thema, wie beim letzten Mal angekündigt, Shisha-Messe. Genau. Weil eventuell, wenn ihr diese Folge hört, sitzt ihr gerade im Auto, seid auf dem Weg nach Frankfurt City 06069. Ja. Bitte macht da draußen jemand einen Clip. Bitte nicht. Gut, weiter geht's. Vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg nach Frankfurt zu, possibly, einer eurer ersten Shisha-Messen ever. Ja. Weil die Shisha-Szene ist extrem gewachsen seit dem letzten Mal. Es gab drei Jahre keine Messe. Ne, zwei Jahre ist sie ausgefallen. Das heißt, die letzte Messe ist drei Jahre her. Wir hatten 2019 noch die Messe in Frankfurt. 20 und 21 ist ausgefallen. Und Baby, 2022 sind wir endlich zurück mit einer Shisha-Messe. Der Alex und ich könnte nicht gehypter sein. Wir haben eine Vorfreude, die ist nicht zu beschreiben. Oh ja. Wir sind einfach fucking gehypt. Und deswegen werden wir heute auch diesen Hype in Form einer Shisha-Cast-Folge, die der Shisha-Messe gewidmet ist. Übrigens kein Placement. Eigentlich dumm, dass wir nicht gefragt haben. Stimmt. Aber ist jetzt halt so. Also kein Placement, aber wir sind so gehypt auf die Messe, dass wir heute einen Großteil des Shisha-Castes neben dem Thema Real Life und auch noch ein paar News, die da zu verkünden sind, damit verbringen wollen. Ja, genau. Einfach genial. Haben wir beide Bock drauf. Aber erst mal, Alex, was ging dir denn so ab? Ich muss sagen, gar nicht mal so viel. Also was prägnant ist, beziehungsweise was wir im letzten Cast ja schon angekündigt haben. Gesundheit. Dankeschön. Was wir im letzten Cast ja schon angekündigt haben. Ich hatte ja in Spann eine komplette D-Load-Woche eigentlich. Also ich habe eine ganze Woche lang überhaupt nicht trainiert, obwohl ich ja eigentlich fast durchtrainiere. Also ich habe meistens nur einen Rest-Day die Woche. Einen Tag warst du mittrainieren? Genau, einen Tag war ich mittrainieren in Spanien. Das war am ersten Tag. Und ich bin zu Hause dann wieder eingestiegen, weil mir ging es dann wieder, nachdem ich mich in Spanien erholt habe, ging es mir wieder halbwegs gut. Und da hast du ja, komm, ich habe schon mal wieder... So ein Pool gibt schon 10% Heilungskraft, oder? Ja, auf jeden Fall. Sonne nochmal 10%. Genau. Und da bist du direkt wieder fit. Also einfach immer noch spannen, wenn man krank ist. Genau, so sieht es aus. Easy. Auf jeden Fall bin ich dann am Anfang der nächsten Woche wieder direkt ins Gym gelaufen und hatte natürlich Push auf den Plan. Und ich bin mit richtig wenigen Erwartungen in das Fitnessstudio reingelaufen. Ich habe auch gedacht, um erstmal wieder reinzukommen, wirst du wahrscheinlich erstmal halblang machen können. Und dann sehe ich deine Story und denke so, what? Ja, genau, weil ich habe dann mit Bankdrücken ganz normal angefangen und ich hing ja immer an den 110 Kilo und da habe ich mein Warm-Up-Set mit 60 gemacht, bin dann auf die 100 hoch, die 100 haben sich auch noch extrem leicht angefühlt, habe dann mir einen Spotter gesucht, 110, lief super easy, also es waren 8 Wiederholungen, aber noch 1, 2 Reps theoretisch im Tank. Und dachte so, ja gut, wenn ich einen Spotter habe, probiere es halt mal die 115. Und 115 einfach mal sechsmal gedrückt. Und ich dachte so, was geht denn ab? Maschallah. Also das ist auch geil, also so muss es sein. Ich war richtig geflasht. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass man nach einer D-Load-Woche erst nochmal reinkommen muss. Dachte ich eigentlich auch, aber es hat sich wirklich einfach gut angefühlt. Ja, so soll es sein. Genau. Ja, ich hänge immer noch auf den 100. Ja. Bis zu den 100 ging es bei mir ja wirklich rasant vorwärts, aber seit vier Wochen hänge ich jetzt bei den 100. Ich bin sogar schwächer geworden. Im letzten Training aber nur, oder? Also im vorletzten konnte ich halten, was ich im vorvorletzten an Maximalleistung hatte. Aber im letzten Training habe ich die Wiederholungen nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, wir haben in Spanien auch Kreatinpause gemacht. Vielleicht spielt das noch ein bisschen mit rein. Weiß ich aber nicht. Aber vor allem könnte es halt sein, dass bei mir langsam das Kaloriendefizit kickt. Ja. Also eigentlich ist es ja im Bodybuilding-Sport oder im Kraftsport so, wenn du deinem Körper das Signal gibst, ich kriege zu wenig Nahrung als das, was ich brauche, geht dein Körper über in einen Prozess des Erhaltens. Das heißt, wenn du deinem Körper nicht genug Nahrung gibst, um das zu versorgen, was du hast, wird er einen Teufel tun und noch mehr Muskeln aufbauen, um noch mehr Energie zu verbrauchen. Genau. Wenn man natural ist, was wir beide sind. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Dann wäre es echt traurig. Ja, dann wäre es richtig traurig. Dann wäre es wirklich traurig. Es ist vielleicht auch mal ein interessantes Thema für eine nächste Cast-Folge, ob man schon mal über Steroide und sowas nachgedacht hat. Ich sage bewusst nachgedacht hat, weil ich schätze dich genauso ein wie mich. Mir sind die Folgen bewusst und deswegen kommt es für mich nicht in Frage. Aber ich glaube auch, dass jeder, der natural ein bisschen länger im Fitnessstudio ist, immer mal diese Gedanken hat, was wäre wenn. Nicht, dass man ernsthaft darüber nachdenkt, das zu machen, aber man fragt sich natürlich schon, was könnte ich erreichen, wie wäre das so und es wäre so viel einfacher und bla bla bla. Aber will ich jetzt gar nicht zu nah darauf eingehen. Auf jeden Fall glaube ich halt langsam, ich hatte ja die perfekten Voraussetzungen, die du nur haben kannst beim Wiedereinstieg. Ich war früher mal deutlich besser trainiert, als ich es auch jetzt noch bin. Ich war fett und bin dann wieder reingegangen, wusste noch, wie Technik funktioniert, wusste noch Ernährung so halbwegs, was ich machen muss und so. Also ich hatte wirklich die perfekten Voraussetzungen und habe am Anfang ja auch, wie gesagt, ich habe innerhalb von drei Monaten bin ich von 50 Kilo Bankdrücken auf 100 Kilo Bankdrücken hoch. Aber ich glaube, so langsam bin ich halt an dem Punkt, wo es schwerer wird. Dann noch das Kaloriendefizit. Ich habe jetzt in den, jetzt sind es bald vier Monate, habe ich neun Kilo weg. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt bei 128,5. Oh krass. Ja. Bist du mal drei Kilo runter nach meinem letzten Stand? Letztes Mal habe ich gefragt, da hattest du 131 gehört. Krass. Da bin ich nochmal zweieinhalb runter, ja. Und das halt gleichzeitig noch mit Muskelmasse, obviously, wieder aufgebaut. Das heißt, Muskeln sind ja schwerer als Fett. Das heißt, theoretisch wird es wahrscheinlich mehr als neun Kilo Körperfett sein, was ich jetzt weg habe. Bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sein will. Aber ich mache mir da auch nicht so einen großen Stress. Das soll bei mir wirklich langsam und stetig und vor allem dauerhaft bleiben. Also ich will nicht jetzt in eine Diätphase gehen, die irgendwann wieder aufhört, sondern ich will meine Ernährung so anpassen, dass ich das dann auch wirklich dauerhaft halten kann. Das ist zumindest mein Plan. Deswegen mache ich mir nicht so einen Stress, dass ich irgendwie schnell abnehmen will. Ich will nachhaltig abnehmen. Und vor allem einfach fitter werden. Das ist eigentlich mein Hauptziel. So, aber ich glaube halt, dass das der Grund sein könnte dafür, dass es jetzt mit den Kraftwerten halt deutlich schwieriger wird, was zu steigern. Wird auf lange Sicht. Also ich habe auch gesagt, irgendwann wird es bei dir an den Punkt kommen, wo es nicht mehr jede Woche zweieinhalb oder fünf Kilo hochgehen kann, sondern wo du dann sagst, okay, hier ist erstmal Stagnation. Vor allem das Ding ist ja, dass wir beide sehr, sehr häufig alleine trainieren gehen. Und ich bin mittlerweile am Punkt, dass ich wirklich mir bewusst einen Spotter suche für drei, vier Sätze. Safe. Weil ich einfach sage, so ab 100 Kilo, beziehungsweise bei mir ab 110 Kilo ist halt nicht mehr, wo ich sage, lege ich mich allein unter die Bank und ich rolle keine 100 Kilo ab. Also das ist mir zu dumm. Ja, same. Also ich gucke, also Bankdrücken ist eigentlich die einzige Übung, wo ich einen Spotter brauche. Bei mir noch Schulterdrücken, weil ich da auch relativ hoch bin mittlerweile. Ja, allein das Anheben ist wahrscheinlich zum Kotzen. Das kriege ich. Also das fand ich, glaube ich, am krassesten in letzter Zeit, weil ich habe jetzt ein, also ein paar Mal habe ich mir Direkthilfe geholt. Jetzt habe ich es im letzten Training mal direkt probiert, die 40er allein umzusetzen. Waren es im ersten Satz acht Wiederholungen, im zweiten durch das Umsetzen fünf und im dritten habe ich mir dann helfen lassen, direkt beim Rausheben waren es wieder acht. Krass. Das ist, also es waren sieben alleine, die achte war, das ist geisteskrank. Ja, Spotter ist schon wichtig, sehr, sehr wichtig. Aber du meldest dich ja eh bald in meinem Fitnessstudio an und dann haben wir das Thema ja geklärt. Ich glaube, das wird so ein Running Gag, den wir dann bis Ende. Bis du dich halt anmeldest. Ach so, okay. Ja. War ich bescheid. Das ist jetzt mein Running Gag. Bleibt so. Okay. Ja, soviel auf jeden Fall zu unseren Gym-Erfolgen. Ich habe aber nicht nur Gym, ne, ich habe ja eigentlich keine Gym-Erfolge fallen können. Eher Wagen-Erfolge diesmal. Ja. Ich habe aber was anderes gemacht. Und zwar haben wir im letzten Cast noch erzählt, dass Anfang April, Ende März das Wetter so absolut scheiße war. Das hat sich zum Glück diese Woche sehr zum Besseren gewendet. Schon die letzten Zweifelrunden sogar schon mittlerweile. Ja, ja, true. Also Wetter ist auf jeden Fall mittlerweile schön. Es kommt Frühlingsstimmung, es sind immer so zwischen 17 und 20 Grad, würde ich sagen. Manchmal ein bisschen drüber. Es ist wieder Zeit, mit kurzen Hosen rumzulaufen. Ich liebe es. Naja, es ist auf jeden Fall geil. Und das habe ich zum Anlass genommen, meinen Garten mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Das hat damit angefangen, ich hatte so eine, also eigentlich ist das so ein, wie heißt das nochmal, ein Beet? Ja, ein Beet. Ein Beet, das aber eigentlich nur noch Schmutz war. Also da hat sich jahrelang keiner mehr drum gekümmert, da ist nur noch Zeug rumgewuchert und da war nur noch Scheiße drin. Und dann dachte ich, weißt du was, heute ist der Tag gekommen, ich reiß die ganze Scheiße raus, ich mach das alles platt. Und dann habe ich das auch angefangen und dann habe ich an dem Tag abends noch im Stream davon berichtet, ich hätte eigentlich Bock, mir da eine Holzterrasse hinzubauen. Ja. Und ich habe es glaube ich auch schon ein paar Mal im Stream erzählt, ich bin ja so ein Hyperfixation-Typ. Ja. Wenn ich mir dann sowas in den Kopf setze, dann geht das in einem Rutsch durch und dann muss das auch in einem Rutsch durchgehen, ansonsten, also es gibt keine Alternative. Bei dir ist das, finde ich, extrem extrem, weil wenn du hast ein Thema, wo du dich reinfuchst und dann ist das aber auch ein ganz anderes Extremer, weil du guckst dann YouTube-Videos, du informierst dich da im Internet, also bestes Beispiel ist in meinen Augen auf jeden Fall VR und Fitness, was ich mitbekommen habe, weil du hast VR für dich entdeckt und eine Woche später warst du gefühlt VR-Nerd des Jahrtausends. Aber da muss man auch dazu sagen, dass ich früher auch schon mal VR-Nerd war, nur dass ich mir da nicht einfach so eine Brille hätte kaufen können und die ja mittlerweile auch bei einem ganz anderen Stand sind. Also als ich mich damals so dafür interessiert habe, waren das ja noch die Development-Kids, die du ja nur durch Registrieren und über Bildungseinrichtungen und sowas bekommen hast und jetzt ist der Access dazu ja viel, viel einfacher. Ja, aber ich bin, das ist schon, es zählt sich durch mein ganzes Leben. Wenn ich ein neues Spiel anfange, dann gucke ich tausend Videos dazu, bis ich jeden kleinsten Trick kenne. Es funktioniert bei mir nicht anders. Stimmt, ich weiß doch, wie wir Mario Kart angefangen haben und dann erst mal geguckt haben, wie die ganzen Abkürzungen, die ganzen Shortcuts. Shortcuts, Tactics, alles. Ich muss dann alles wissen und es kennt auch kein Ende. Von der Sekunde, wo ich aufwache, bis ich einschlafe, drehen sich meine Gedanken dann da drum. Ich bin dann in diesem einen Thema drinne und ziehe das durch. Und genauso dann auch dieser, euch könnt ihr ja eine Terrasse hinbauen. Einen Tag später steht da eine fucking Terrasse. Aber das fand ich auch geistkrank, dass du dich einfach hingesetzt hast und das alles selber... Ich bin nach dem Stream heimgefahren, hab mir da tausend YouTube-Videos zu angeguckt, hab mir am nächsten Morgen meinen Plan gemacht, bin in den Baumarkt gefahren, hab die Sachen gekauft, hab das Werkzeug gekauft und hab durchgezogen. Und jetzt steht da eine Holzterrasse. Geistkrank. Ja, beziehungsweise WPC. Du wirst jetzt nicht wissen, was WPC ist. Du bist ja handwerklich jetzt nicht so drinne wie ich. WPC ist ein Holz-Kunststoff-Gemisch, was dadurch die Haltbarkeit im Außenbereich natürlich erhöht. Okay. Ja, gut. Das hab ich dir dann auch mal erklärt. Danke schön. Literally so wurde es mir einen Tag früher erklärt. Aber so ist das dann halt bei mir. Ich suche mir dann die ganzen Infos und dann sind die auch in meinem Kopf eingebrannt und dann bleiben die auch da. Ja. So. Ja. Und dann hab ich mir halt einen Plan gemacht, dass ich da eine Unterkonstruktion baue. Da drunter kommen Steine und so Zwischenleg-Dämpfungsmatten. Das sind so kleine Kunststoffmatten. Und dann kommt da drauf eben das Holzgestell und da drauf werden dann die WPC-Platten verschraubt. Und dann hab ich mir meinen Plan gemacht. Bin mit der Anna in den Baumarkt gefahren. Hab das Zeug gekauft. Hab 1500 Euro im Baumarkt gelassen. Ey. Das ganze Material ist im Moment so teuer. Eigentlich der dümmste Zeitpunkt, um eine Terrasse zu bauen, weil alles ist teuer. Ja. Schrauben sind teuer. Holz ist teuer. Werkzeug. Werkzeug ist teuer. Alles ist teuer. Alles ist teuer. Aber die Frage ist halt auch, wann das wieder billiger wird und so. Vor allem jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür. Ist so. Jetzt haben wir noch den ganzen Sommer vor der Nase. Jetzt hab ich heute noch meine Lounge-Möbel bestellt. Hab mir eine 2,40 x 2,40 Meter Sitzecke so gekauft. Und wenn der Cast online ist, ist die sogar schon da? Wenn der Cast online ist, ist die schon da. Stimmt. Dann hat das bestimmt schon in meiner Story gesehen. Dann hab ich da wahrscheinlich schon das eine oder andere Pfeifchen geraucht. Ja. Was ich noch dazu sagen muss, als ich die Storys von dir gesehen hab, wie du da hier die Terrasse gebaut hast und gewerkelt hast und alles. Ich hatte so richtig Flashbacks zu dem Garten, zu der Gartenreihe von Julian Bam, als er seinen Garten gebaut hat. Also ich hab da immer Flashbacks zu Fynn Kliemann, falls du den kennst. Name sagt mir was, aber hab ich... Ey, ich liebe den Typ. Der ist so funny, der ist so genial und der ist genauso ein Hyperfixation-Typ. Der dachte sich so, boah, weißt du was geil wär? Ein Teich im Garten. Also hat er sich einen fucking Teich im Garten gebaut. Hat sich einen Bagger vom Nachbar geliehen, hat da seinen Garten ausgehoben, Folie verlegt, Wasser reinlaufen lassen, hat noch die Feuerwehr geholt, damit die das... Nee, der hat sogar so eine Erdpumpe für Wasser. Und hat dann noch so eine Terrassenecke hingebaut und alles, also so eine Holzplattform, die so ein bisschen über den Teich ragt. Oh geil. Übel geil. Also Fynn Kliemann, könnt ihr euch mal reinziehen, selbst wenn euch Heimwerken nicht interessiert. Ich hab die ganzen Videos geguckt, eigentlich interessier ich mich nicht großartig für Heimwerken. Ja, weil er einfach eine coole Person ist. Eine der coolsten Personen auf YouTube, die ich kenne. Leider macht er sehr, sehr wenig Content mittlerweile, aber seine ganze Reihe von damals, Fynn Kliemann, big recommendation, genialer Typ. Ja, auf jeden Fall hab ich da jetzt eine Terrasse hingebaut. Dann hab ich noch ein paar Tage vorher meinen Pool mit dem Druckreiniger wieder sauber gemacht, hab da Wasser reingefüllt, jetzt kommen noch die Lounge-Möbel, die Terrasse wird noch ein bisschen erweitert, dann soll im Sommer noch ein Grill kommen und dann lege ich da noch Strom hin, dann kommen da noch Lampen hin und Pflanzen hin und dann kannst du da ganz entspannt in der Lounge-Ecke eine schöne Pfeifeauto rauchen, zwischendrin in den Pool springen, wenn es zu heiß wird, kannst du da die nächste Kohle legen und danach wird da noch schön gegrillt, also Sommerdomizil der SWG-Garten. Also Grillparty dann bei dir, ja? Ja. Okay. Safe. Perfekt. Absolut. Hab ich Bock drauf. Ja, also dann Whirlpool und da chillen und Pfeife und grillen, viel geiler wird's nicht im Sommer, würde ich sagen. Ja, ich glaub auch nicht. Ja. Ja, und das war so das, womit ich mich so die letzte Woche beschäftigt hab, mit meinem Garten eigentlich. Und danach, nach getaner Arbeit, ging's für dich natürlich nochmal ins Umera. Richtig, ja. So Feierabendpfeife. Ja, Feierabendpfeife und auch erste Pfeife des Tages, weil ich wirklich nonstop durchgekommen durchgezogen habe. Ach, hast du da vor keinen Kopf geraucht? Nee. Ich bin aufgestanden, bin ins Fitnessstudio gefahren, bevor ich den ganzen Tag dieses Ding gebaut habe. Das fand ich ja auch krass, dass du wirklich an dem Tag noch ins Fitnessstudio gefahren Ja, im Nachhinein war es auch ziemlich dumm, weil ich seitdem zwei Tage am Arsch war, aber ich war im Fitnessstudio, dann hab ich die Anna abgeholt, die wollte mir helfen, die war praktisch die Bauleiterin, ich war der arme Handwerker, der alles machen musste. Ja. Ja, Anna hat mir schon gut geholfen. Dann Baumarkt, dann die Terrasse gebaut und dann war es auch schon 10 Uhr. Krass. Also am Ende, Liridon ist noch rumgekommen, ein Kollege, und dann standen Anna und Liridon da und haben mir beide mit einem iPhone-Licht geleuchtet, weil es zu dunkel war, um zu arbeiten. Hatte ich Flutlicht von zwei Seiten. Ja. Hast du ja auch eine Softbox hinstellen können. Ja, hab ich ja nicht daheim. Stimmt. Hab ich ja nicht daheim. Daheim ist nix mit Fotostudio. Daheim ist ja gar nichts mehr. Ja. Außerdem ist da auch noch kein Strom. Der muss ja erst noch hin. Da war was. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt mein Pool ready, mein Beetblatt gemacht, die Terrasse gebaut, die wird jetzt noch erweitert. Sommerdomizil steht auf jeden Fall. Wird auch, wenn es fertig ist, mehr gekostet haben als ein Urlaub. Dafür hat man das ja dann jetzt die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, hast du dann auf jeden Fall eine Isabel. Bis ich da irgendwann ausziehen sollte. Aber das ist ja noch nicht in Planung. Genau. Dann waren wir noch im Umera und ich hatte letztens auch noch eine sehr, sehr coole Real-Life-Erfahrung. Und zwar habe ich eine Freundin, die Isabel. Und die Isabel war, also ich kenne Isabel schon über zehn Jahre. Wir haben damals, als ich angefangen habe, Abi zu machen, hatten wir denselben Nebenjob. In der Buchbinderei, in Rottgau und auch in Dudenhofen. So. Und daher kenne ich die Isabel. Und seitdem sind wir befreundet. Und die Isabel, ich immer so, und Isabel, geh mal am Wochenende in das schönen Shisha-Bar. Und Isabel immer so, nee, du weißt, dass ich nicht rauche. Und dann ist sie nie mitgegangen. Ach, sie hat auch gar nicht? Nee, nee, sie hat gar nicht geraucht. Jetzt hat sie aber irgendwie so einen neuen Freundeskreis und die gehen immer in die Shisha-Bar. Ja, dann hat sie da ab und zu mitgeraucht. Dann hat sie auch ab und zu mal bei mir mitgeraucht. Und irgendwann hat sie gesagt, eigentlich wäre das schon cool, wenn wir auch bei mir rauchen könnten. Und ich so, ja, wäre schon cool. Brauchst halt eine Pfeife, ne? Und dann war sie so, ja, hast du da nicht eine? Und dann habe ich gesagt, Isabel, ich habe sogar die Perfekte für dich. Dann habe ich ihr jetzt sogar zwei verkauft, weil sie zwei haben wollte. Braucht man natürlich direkt zwei Pfeifen. Man kauft ja nicht einfach nur eine Pfeife als erste Pfeife. Nein, man nimmt zwei. Dann habe ich ihr eine Aladin MVP für 30 Euro verkauft. Ja. Kannst du nichts sagen. Super easy, perfekt. Und habe ihr meine alte Alpha für einen Hunni verkauft. So, kannst du auch nichts sagen. Ich weiß, dass meine Alpha, die weiße Alpha. Die allererste? Ja, ja. Das war meine allererste russische Pfeife. Ja, genau. Und ich war ja die ganze Zeit schon im Zwiespalt, dass ich wusste, zwei Alphas machen keinen Sinn, die Stratos gebe ich nicht her, also muss die weiße weg. So. Und dann war aber natürlich, ich will jetzt nicht die weiße irgendjemandem verkaufen, weil da war ich umso glücklicher, dass Isabel die haben wollte. Weil jetzt weiß ich, wer die hat. Weil jetzt weiß ich, wer die hat, ich sehe die noch ab und zu, so weird, wie das auch klingt, aber ich weiß halt, wo die ist. Safe. Das klingt super weird, aber bei mir war es ja auch so, dass ich eigentlich meinem Bruder meine allererste NPS verkauft habe. Die 2014 Edition noch. Und er wollte dann weiterverkaufen. Und ich so, bevor du die irgendwem weiterverkaufst, kaufe ich dir lieber wieder zurück. Dann hast du die eben verkauft und dann wieder gekauft. Ja. Hast du wenigstens Gewinn gemacht? Ja. Na, dann ist ja gut. Dann ist okay. Dann ist okay. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall hat sich Isabel dann diese zwei Pfeifen gekauft und dann war natürlich das Nächste, die hat ja nie einen Kopf gebaut. Also habe ich gesagt, Isabel, kommst du mal vorbei, machen wir mal hier Meisterschule. Oh Gott. Und es war ein Bild für die Götter. Dann hat, ich habe es in meiner Story gezeigt, hoffentlich habt ihr die Story gesehen, weil ansonsten ist jetzt halt vorbei. Aber es war wirklich ein Bild für die Götter. Als erstes habe ich gesagt, Isabel, die standen ein paar Monate, die müssen wir jetzt einmal auseinandernehmen und sauber machen. Auseinandernehmen war kein großes Problem. Sauber machen habe ich ihr so ein paar Tricks gezeigt. Aber im Großen und Ganzen hättest du das auch hingekriegt. Aber zusammenbauen. Dann ging es wieder ans Zusammenbauen. Dann habe ich ihr gesagt, Isabel, nimm doch mal die Base. Und dann greift sie zum Tauchrohr. Habe ich gesagt, nee. Dann hatte sie die Base. Dann habe ich gesagt, so jetzt schrauben wir mal das Tauchrohr unten dran. Dann hat sie das Tauchrohr genommen, wollte es aber oben auf die Base schrauben. Mit dem Diffusor nach oben weg. Du hättest sie einfach mal machen lassen müssen. In der Story habe ich ja. Also, naja. Ja, ja. Hätte ich, ja. Hast du recht. Ich hätte das gerne. Aber ich habe sie dann immer so ein bisschen korrigiert. Ich wollte sie jetzt auch nicht komplett bloßstellen und verarschen in der Story. Aber man muss sich da auch ab und zu mal so ein bisschen erden. Weil wir haben ja schon oft gesagt, wir leben in einer Bubble. Ja. Und wir wissen das auch. Aber wir wissen gar nicht, wie extrem das ist. Und wenn du dann jemanden siehst, der noch nie eine Pfeife in der Hand hatte, dann kannst du dir, wenn du das mal beobachtet hast, auch viel besser vorstellen, wo viele der Fragen, die wir so im Social-Media-Bereich bekommen, herkommen. Ja. Weil viele Leute haben halt keine Ahnung von Shisha, was auch vollkommen okay ist. Woher soll das auch kommen? Ja, klar. Aber wir müssen ja wissen, was alles schieflaufen kann, damit wir in Videos, Reels, Storys oder in den DMs gezielt darauf auch eine Hilfestellung geben können. Und genau das hat mir das mit Isabel halt wieder gezeigt. Der Aufbau hat dann irgendwann geklappt. Dann war die Pfeife ready. Dann ging es an den Kopfbau. Welchen Kopf hast du dir gegeben? Ein Lit-Lip. Okay. Ja. Also ein Lit-Lip und ein K-Laut habe ich ihr gegeben. So. Dann hat sie allein die motorischen Fähigkeiten, mit dieser Gabel Tabak zu nehmen und in den Kopf zu legen, sind nicht vorhanden. Also Muscle Memory im Sinne von, wie ist diese Bewegung auszuführen, damit diese Task gut funktioniert, ist nicht vorhanden. Again, klar, woher auch? Soll kein Vorwurf sein oder bloßstellen. Aber es ist eben sehr schön, diesen Part dann nochmal so zu sehen und mitzuerleben. Weil du dann dir halt auch wieder viel besser vorstellen kannst, wo viele der Fragen herkommen. Also es ist so ein ewiger Zyklus. Also es ist so ein ewiger Zyklus. Auf jeden Fall hat sie dann einen Kopf gebaut und meinte dann so, so. Und ich gucke den Kopf an und denke mir so, nee. Nee. Das geht auch nicht. Wie sah es aus? Also... Wie Kraut und Rüben halt. Okay, aber voll ist dir vor? Nee. Okay. Also stellenweise. Aber halt auch stellenweise wieder nicht. Also wirklich, Isabel, wenn du das hörst, ich will mich nicht lustig machen, aber es ist für uns... Es ist schon ein bisschen amüsant, aber wir wollen dich nicht auslachen oder so. Oder generell will ich nicht negativ über Leute reden, die das noch nicht können. Das Ding ist ja, woher sollen sie es denn wissen? Genau, so ist ja klar, dass sie es nicht können. Für uns ist es halt amüsant, weil wir halt komplett in dem Thema drin sind. Für uns ist es der Abertausendste Kopf, den wir bauen. Für uns ist es nichts Besonderes. Aber dann jemanden zu sehen, wie er seinen ersten Kopf baut, ist einfach godlike. Wenn ich überlege, wie ich früher Köpfe gebaut habe, dann würde ich mich heute früh schlagen. So, weißt du, das ist halt... Und ich finde das auch immer super interessant. Ich muss ein Beispiel sagen. Wir haben gestern im Stream, wir haben ja meine alten Messe-Videos im Stream geguckt. Ja. Gestern haben wir noch die Videos von der End der Tabak geguckt. 2018 habe ich noch Ayan gesagt. Ayan. Ayan? Ayan. Wie kommst du denn auf Ayan? Ich habe es wahrscheinlich nie bei jemandem gehört. Ich habe dann diesen Namen gesehen und dachte halt, das heißt Ayan. Aber da war ich auch so, Digger, was habe ich 2018 gelabert? Und das war noch nicht alles. Also da waren ein paar Sprüche dabei. Ich habe auch 2018 gesagt, ja, hier gibt es viele Einschlauchpfeifen, aber ihr wisst ja, dass wir lieber zusammen einen Kopf rauchen. Und da denke ich mir heute so, Bro, was? Was sagst du da? Was redest du, Digger? Blamier mich doch in die Vergangenheitsmarve. Aber so war es halt damals. Ja, genau das gleiche Problem wie du hatte ich früher auch. Weil ich habe zum Beispiel, musste hier forschen, ich habe überlegt, ob ich mir eine Shishaya beziehungsweise eine Quentens hole oder eine Piranha. Und mein Argument hat, also mein, an sich wollte ich eigentlich die Quentens haben, aber mein Argument, die Piranha zu holen, war, dass es eine Vierschlauchpfeifen war. Ja, und heute denke ich mir so, Alter, wie dumm warst du denn eigentlich? What the fuck, Digger? Aber so war es halt damals. Ja, natürlich. Damals warst du halt, da hast du dir einen geilen Steinkopf geholt, da hast du einen schönen Kamin draufgesetzt und dann hast du mit drei Jungs eine Vierschlauchpfeifen geholfen. Ja, genau. Wir sind jetzt halt mittlerweile vier, fünf Jahre weiter in der Entwicklung und da hat sich natürlich viel verändert. Wäre ja auch schade, wenn alles gleich geblieben wäre. Aber, Digger, in dem Moment, als ich in diesem Video einfach Aiden gesagt habe, wäre ich einfach mal gerne kurz vier, fünf Jahre in die Vergangenheit gereist, hätte mir eine Schelle gegeben, hätte gesagt, Digger, das heißt Aeon oder Ian, aber bestimmt nicht Aeon, du Spast und wäre wieder in die Gegenwart gereist. Ah, schön. Also, was für Aeon, Digger. Waren da sonst noch irgendwelche Dinge dabei? Hast du eigentlich auch eine Aeon Edition 5? Ich habe schon eine Aeon Edition 6 zu Hause. Ach was. Ja. Ich habe gestern die 7 geraucht. Ja, und? Ich finde die 8 ein bisschen besser. Ja? Ja. Gut. Mein Favorit bleibt die 12. Ah, ich finde die 10er ist eigentlich so das Meisterwerk. Das Meisterwerk? Ja. Aber die 11er hatte doch noch dieses eine Feature mehr. Oder hat dir das nicht gefallen? Ja, aber finde ich ein bisschen unnütz, muss ich sagen. Okay. Ja. Also, ich fand Self-Cleaning schon übel geil. Ja, aber wer macht denn nicht gerne sauber? Ich? Egal, kommen wir zurück zum Thema. Ja, auf jeden Fall hat Isabel dann den Kopf gebaut, dann habe ich den noch ein bisschen korrigiert und habe gesagt, ne, du musst halt gucken gleichmäßig und den Rand ein bisschen sauber machen und so. Ja, dann hat sie ihren ersten selbst gebaut, also fast selbst gebauten Kopf, also sie hat ihn selbst gebaut, ich habe ihn vervollständigt und dann hat sie den geraucht und war auch im Endeffekt gut. Jetzt hat sie mir gestern ein Bild geschickt, haben sie zum ersten Mal geraucht, hat aber eine Freundin von ihr den Kopf gebaut. Okay. Meinte aber auch am Anfang ein bisschen heiß, aber dann war er gut. Ich will gerade fragen, wie lief die Fizemmanagement bei ihr? Wie gesagt, also was ich von gestern vom Feedback gehört habe. Ja, als ihr geraucht habt. Oder hast du das dann gemacht für sie? Also so. Ne, da habe ich es gemacht. Okay. Da habe ich Kohle gelegt und habe gesagt, ne, wenn es zu heiß wird, sag Bescheid. Und dann, ich hatte erst zwei drin, aber Isabel raucht noch sehr, sehr leicht, ne? Also eineinhalb dann. Und ihr wird auch noch beim normalen Virginia, da kann sie nicht einen Kopf selbst von rauchen. Also den teilt sie sich dann meistens und sogar da wird ihr dann noch ab und zu ein bisschen schwummrig. Krass. Ja, also ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ich weiß auch noch, wie wir bei meinem Kumpel zu Hause saßen und dann einen Nikotinchock des Todes hatten, wo wir irgendeinen Virginia-Prenten haben. Schweiß im Gesicht, kalte Hände, Herzrasen. Das ist so krank. Und mittlerweile so Tentiers, ja, aber bitte, bitte ein bisschen Kontakt, ne? Soll was bringen. Der Mählauch-Kopf auf Kontakt, weil muss er knallen, ne? Genau. Soll ja, also man will ja wenigstens überhaupt was spüren. Mich würde mal interessieren, wie ich früher einen Kopf Tentiers geraucht hätte, so wie ich ihn heute rauche. Also Alex, ich kann dir sagen, wir sind damals bewusst in Bars gegangen, weil wir gehört haben, die haben diesen Tentiers. Die haben diesen Tentiers da. Das wollten wir testen. Dann sind wir hingegangen, einer von uns hat ins Beet gereiert. Ernsthaft? Wir waren alle am Ende. Aber damals gab es ja noch keine HMDs und Funnel und all so ein Zeug. Oder es war zumindest nicht benutzt in dieser Zeit. Mein erster Kopf war ja ein Funnel, da gab es noch gar keinen Kamin. Aber da war dann zu dem Zeitpunkt halt eben Tonkopf total. Innen haben die Tonkopf mit Alufolie, vier Kohlen und Tentiers fluffig drin. Simba? Ja. Ja, ich auch. Aber nee, das erste Mal Tentiers war im Aladin in Heusenstamm. Ah, okay. Das erkenne ich gar nicht. Und da sind wir dann hochgegangen, weil wir frische Luft gebraucht haben und einer hat den Busch gekotzt. Da war Feierabend. Da war richtig Feierabend. Ja. Aber ist auf jeden Fall jetzt die gute Isabel mit in der Shisha-Szene drin. Hat jetzt die Hausaufgaben bekommen, die ganzen Kopfbau-Videos von Shisha-WG durchzugucken und mir jedes Mal ein Bild zu schicken, wenn sie einen Kopf baut. Ja. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja. So, dann war noch Ostern. Wie hast du Ostern verbracht? Ganz entspannt mit der Familie. Wir waren am Ostersonntag, waren wir Prunchen und ich bin ehrlich, wenn es Prunch gibt und das ist halt ein Prunch all you can eat, dann gibt es halt auch keine cleane Ernährung. Da geht es dann hin und da wird dann gesagt, ich muss das Buffet besiegen. Alex versus Buffet. Da würde ich gerne einen Kurzfilm drüber drehen. Ich stelle mir so dieses Rising up, back on the street. Dann so eine motivierende Aufnahme von Alex mit so einem Stirnband in Sportkleidung, so Slow-Mo, warm machen, schwarz-weiß Aufnahmen. Dann läufst du los und stehst vor dem Buffet. Ich sehe den Film vor mir. Hast du das nicht, wenn du so all you can eat oder so Buffet hast? Ja, da werden alle Regeln über Bord geworfen, natürlich. Nee, aber willst du nicht auch das Buffet besiegen? Du willst mehr rausholen, als du bezahlt hast? Ja, safe. Also mehr rausholen, als man bezahlt hat. Safe, Minimum. Aber ich bin halt auch immer Endgegner für sowas. Oder war ich zumindest früher. Ja, ich immer noch. Also das Ding ist, wenn es sowas gibt, dann überfresse ich mich auch des Todes. Mir dann scheißegal. Das war drei Stunden lang im Fress. Guck mal so, warum habe ich das getan? Mein Bauch schneit es raus. Nee, aber das ist komplett durchgezogen. Zuerst komplette Frühstück abgehakt, einmal alles. Dann noch Mittagessen, dann irgendwie noch dreimal Eis. Also war gut. Sehr gut. Bei uns gab es auch Leckeressen. Am Ostersonntag hat mein Papa Lachs gegrillt. Kam noch Oma und Opa. Und am Ostermontag war ich wieder da. Da gab es dann Braten. Und dann kam auch noch meine Tante, mein Onkel und meine Cousine aus Marburg vorbei. Und habe dann sogar noch daheim eine Pfeife mit meiner Cousine gerannt. Also bei mir dann. Ich habe sogar noch eine Viertelstunde vor meinem Leben. An beiden Tagen habe ich sogar noch dein Auto gesehen, als ich vorbeigefahren bin. Echt? Ja. Ah, wild. Ah, krass. Für die, die es nicht wussten, meine Eltern und Alex' Eltern wohnen 200 Meter vielleicht auseinander. Also absolut nicht weit. Absolut nicht weit. Und wir kannten uns unser ganzes Leben nicht und haben uns über die Shisha-Szenen dann kennengelernt. Das ist so wild. Aber das haben wir auch schon 18 Mal erzählt. Aber haben wir schon erzählt, dass wir uns eigentlich zum Minimum einmal getroffen haben müssen? Aufgrund von Lukas im Fitnessstudio? Nee, haben wir nicht erzählt. Aber ich würde auch nicht die Hand für ins Feuer legen, dass das absolut derselbe Zeitraum war. Nicht? Nee. Also bei mir hat es ja mit dem aktuellen aufgehört nach dem Abi. Ja gut, okay. Wann hast du Abi gemacht? Wie alt war es? Doch, welches Jahr war das? Ja. Okay. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube 13? Ja, nee. Dann könnte es knapp gewesen sein. Ja doch. Dann könnte es sehr, sehr knapp gewesen sein. Ja. Ja, egal. Aber so oder so, allein wenn du zu dir nach Hause gefahren bist, bist du in deinem Leben schon tausende Male an meinem Haus vorbei. Also, dass ich da irgendwie gerade mal zum Auto gelaufen bin oder im Hof war. Also, wir müssen uns irgendwann mal gesehen haben. Garantiert. Also, muss so sein. Wahrscheinlich haben wir als Kinder auf dem Spielplatz uns noch getroffen oder so. Ja, das glaube ich eher nicht. Nee, schon wie viele Jahre sind wir auseinander? Ich bin 23, werde 24. Du bist 29. 29. Und wer hat 29? Genau. Klappe. Ja, okay. Dann sind wir vielleicht ein paar Jahre zu viel. Wenn ich mit, weiß ich nicht. Wenn ich mit, ja gut, keine Ahnung. Wir haben ja auch immer trotzdem in der Gegend von diesen Spielplätzen dann gespielt und so. Aber dann waren wir echt zu weit auseinander. Naja. Ja, wir hatten dann letztens noch einen schönen Abend mit dem Mo. Den haben wir eingeladen. Kam noch ein Arbeitskollege von ihm mit oder ein Kollege von ihm mit. Und dann haben wir eine Runde Monkey gespielt. Genau. Das war auch sehr nice. Wir haben beide Mo abgezogen. Wir haben beide Mo abgezogen, wie das halt sein muss. Ja. Und dann haben wir noch ein bisschen YouTube-Videos geguckt und das war auch sehr, sehr nice. Entspannter Abend gewesen. Entspannter Abend. Ja. Sollen wir es tun? Sollen wir rein starten? Ich glaube, wir können rein starten. Das Special-Thema. Ja. Fucking Shisha-Messe, Digga. Endlich wieder, ey. Endlich. Ich bin wirklich so hyped, nachdem Sarah mir auf dem Winterland Brief und Siegel gegeben hat, dass die Messe zu 100.000 Prozent stattfinden wird und das geraucht werden darf. Ich bin, ich habe mich so gefreut darüber über die Aussage, glaubst du gar nicht. Ja. Und wir haben ja auch keinerlei Corona-Beschränkung. Es wird natürlich empfohlen, eine Maske zu tragen und es ist wahrscheinlich auch besser, sich vorher mal zu testen. Safe. Werde ich auch machen, bevor ich auf die Messe fahre. Aber wir haben zumindest nicht, es dürfen nur so viele Leute rein oder es dürfen keine Pfeifen an sein. Das Einzige, was ist, es wird halt Einwegschläuche geben oder man bringt sich eben seinen eigenen Schlauch mit. Genau. Also, falls ihr gerade losgefahren seid, gerade nochmal umdrehen, Schlauch mitnehmen. Oder Schlauch kaufen noch auf dem Weg. Oder Schlauch kaufen, ja. Genau. Und es wird Pfeifen zum Probieren geben, es wird Shisha-Lounges auf der Messe geben. Also, genau so wie die Messen in den vergangenen Jahren waren, wird sie auch 2022 nach drei Jahren Abstinenz endlich wieder am Start sein. Yes. Und diese Vorfreude, es ist geisteskrank. Wir haben im Stream, habe ich ja eben schon kurz angeteasert, haben wir am Dienstag hatten wir meine Videos zur Shisha-Messe Frankfurt angeguckt und dann waren wir so im Modus, dass wir gesagt haben, am Donnerstag gucken wir nochmal die Messe-Videos, da dann halt zu Intertabak. Ja. Ey, ich schwöre dir, Alex, ich hätte am Dienstagabend losfahren können zum Messegelände. Ich saß am Dienstagabend zu Hause, habe kurz mal einen Stream reingeschaut und da hast du gerade... Meinst du hast den ganzen Stream durchgeguckt und mitgefiebert? Ich habe den ganzen Stream von Anfang an bis zum Ende durchgeschaut, auch noch die hier Counter-Strike, habe ich alles gesehen. Was hast du zum Ende gesagt? Ich habe halt gesehen, dass du es auf den Sack bekommst, habe mich drüber amüsiert und das war, ja, war gut. ZS hat aber nicht funktioniert. Ah, okay. Wusste ich natürlich nicht. Erwischt. Du wolltest mich nur testen, ne? Ja, natürlich. Ah, ja, okay. Ich habe reingeguckt und habe auch das Recap-Video von 2019, habe ich glaube ich, noch gesehen und ich habe es gesehen und dachte, ich habe jetzt richtig Bock eigentlich einfach auf die Messe. So richtig Hyped, Vorfreude, alles. Also, war wirklich cool. Hype, Bock, Angriff? Hype, Bock, Angriff. Hast du nicht Seven vs. Wild geguckt? Doch, aber... Das war doch immer im Intro. Hype, Bock, Angriff. Echt, war Angriff mit der... Keine Ahnung. Ja, ja, ich glaube schon. Okay. Ich glaube, so ging das. Ja, weiß ich nicht. Hype, Bock, Angriff. Na, egal, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall deine Vorfreude auch im Unendlichkeitsbereich. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Und ich glaube, bei den Leuten auch, also da haben auch viele in den Chat geschrieben so, Digga, es wird so geil, Mann, ich bin so hyped, endlich ist es soweit, bald ist es soweit, beziehungsweise, wenn ihr das hört, seid ihr vielleicht gerade auf dem fucking Weg zur Messe. Und wir stehen schon da. Und wir stehen schon da. Ja. Und verstecken uns. Ja, da bin ich auch extrem gespannt, weil so viele Leute gefragt haben, so, bist du auf der Messe, kam mit dir ein Köpfchen rauchen und so weiter, da bin ich extrem gespannt. Digga, no joke, in jedem Stream mindestens 30 Mal die Frage, bist du auf der Shisha-Messe? Nie. Nee, also natürlich bin ich da. Also natürlich sind wir beide da. Und du bist ja auch alle drei Tage da, ne? Ich bin auch alle drei Tage da. Ich bin auch alle drei Tage da. Bist du alle drei Tage da? Ich bin auch alle drei Tage da. Bist du alle drei Tage? Ich bin auch. Okay. Ja, also fucking Shisha-Messe, Digga. Ja, genau. Wir wollen aber heute nicht nur dauerhaft sagen, wie fucking hype wir auf die Shisha-Messe sind, was by the way natürlich auch der Fall ist, falls wir es noch nicht erwähnt haben. Wir haben uns gedacht, wir reden nochmal über die vergangenen Messen, dann über unsere Erwartungen an die Messe und bei den Erwartungen an die Messe wollen wir auch nochmal mit euch die Ausstellerliste durchgehen. Genau. Sachen, auf die wir uns vielleicht besonders freuen, die uns überraschen, die wir vielleicht noch nicht kennen und noch andere Kategorien, die wir uns bis zu diesem Punkt noch ausdenken werden. Genau. Genau. Alex, weißt du, wie lange du schon auf die Shisha-Messe gehst? Ehrlich gesagt noch nicht so lange. Das wird meine dritte Messe erst. Also warst du 18, 19? Und 2019, ja. Okay. 2018 war ich auch nur einen Tag, glaube ich, da. Ja. Und da war ich komplett als Endverbrauch noch da, auch wenn der Blog schon existiert. Nee, ich glaube, da hat noch gar nicht mehr ein Blog existiert. Ja? 2018 müsste ja im April gewesen sein. Ich habe im Mai 2018 meinen Blog gestartet. Ja. Ich glaube, meine erste war 2016, ich bin mir aber nicht sicher, aber ich habe hier auf jeden Fall noch ein Bild mit dem guten Yannick, aka Atomhamster. Krass. Bei dem habe ich nämlich ein Ticket gewonnen, bei seinem YouTube-Channel. Bild. Habe ich ein Ticket gewonnen für die Shisha-Messe 2017. Und da habe ich sogar noch ein Bild mit ihm gemacht auf der Shisha-Messe, da war ich noch Fanboy. In dem Jahr, warte, jetzt muss ich überlegen, am 30. April 2017 gab es noch nicht Shisha-WG. Also auch erst nach der Messe dann. Oder habe ich da, also da gab es auf jeden Fall noch kein Video von Shisha-WG. Ich glaube, das erste Video war im Juni oder Juli. 2017. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Ja, 2017. Ich gucke gerade mal nach, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, deswegen bin ich eigentlich umso mehr gehypt da drauf, weil es ist doch erst die dritte Messe von mir und ja, also so krass Bock. Und wie gesagt, 2018er Messe war auch, wie gesagt, nur Endverbraucher, nur einen Tag da ein bisschen rumgelaufen. Dann war, da war ich noch richtig Fanboy von Nico Slow-Mo. Der habe ich auf der Messe getroffen und der hat mich dann zum Werkbundstand mitgenommen, weil ich diese Zange haben wollte und ich habe den Werkbundstand nicht gefunden. Und der ist dann mit mir über die Messe gelaufen und hat mich da hingebracht. Wie lieb. Ja, super, super lieb. Also ich habe gerade nachgeguckt, das Foto mit Yannick habe ich gemacht am 30.04. und am 27.06. Also ziemlich genau zwei Monate später kam das erste SWG-Video. Jetzt muss ich aber noch nachgucken, wann ich den Channel gegründet habe. Das war nämlich, glaube ich, noch ein kleines bisschen früher. Ich klicke hier gerade nochmal auf Kanal-Info und ich habe den Channel gegründet am 14.03.2017. Also vor der Messe. Zwei Wochen vor der Messe habe ich den Kanal gemacht, hat aber noch zweieinhalb Monate gedauert, bis das erste Video online kam. Ja. Aber ich glaube, ich war auch ein Jahr vorher schon auf der Messe, müsste ich mal alte Fotoalben durchgucken, ob ich da noch Fotos habe. Aber safe seit 2017, also 17, 18, 19 war ich auf jeder Messe. Das heißt, drei in Frankfurt habe ich schon miterlebt. Und jetzt kommt mindestens meine vierte, vielleicht meine fünfte. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Aber ich glaube, ich war davor auch. Und ich habe es sogar letztens, das fand ich so witzig, da habe ich in meinen Notes auf dem iPhone, die laufen ja über iCloud und die übertragen sich ja von iPhone zu iPhone. Ja. Und da bin ich letztens einfach mal so langweilig, war in meine alten Notes reingeschaut und da habe ich meine Einkaufsliste von der Messe 2018 gefunden. Zeig. Zeig her. Das will ich sehen. Und da war ich sehr geschockt. Weil da so wilde Sachen mit drauf waren, oder was? Also ich will einen krassen Vierschlauchpfeifen. Nee, nee, da war nur Tabak. Und ich will auch noch einen von diesen Regenbogenfarben Kamin aufsetzen. Die finde ich auch richtig gut. Nee, das war was anderes. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was auf der Liste drauf ist. Musst du mal kurz weitermachen, bis ich das gefunden habe. Also ich weiß auf jeden Fall noch damals, also wie gesagt, die Messe 16 und 17, wenn ich auf der 16er war, ich meine aber schon, ich bin mir aber nicht sicher, da war ich halt wirklich als Endverbraucher da. Und danach hat sich das dann so ein bisschen geändert, aber eigentlich nur, da hat mich ja keine Sau gekannt, ich habe nachgeguckt. Ich glaube, bei der Messe 18 hatte ich dann unter 1.000 Abonnenten und bei der Messe 19 hatte ich 8.000 Abonnenten. Also absolut kein Vergleich zu jetzt. Ich muss jetzt dazu sagen, und zwar, das Lustige ist, ich habe mir die Liste geschrieben am 1. November 2017 und da habe ich schon für die Messe vorgeplant. Also du siehst, was für einen Verbrauch ich damals hatte. So, soll ich mal vorlesen? Lies es vor, bitte. Also ich wollte unbedingt haben den Hasso Cherry Cheeto, die Kirsche von Hasso. Dann habe ich hier Smokies Polar Lives. Für wen? Ähm, Colonia Jamann. Wild. Die Marke von Söser, von der kolonialen Lounge. Ist es von, stimmt, ja. Smoking Ace Flow Me Up. Geil. In Klammern exotische Mango- und Honigmelone. Oh, genau, Alex, sein Ding. Und Rauchgold, Traumemünze, sein Vater. Geil. Ja. Wild. Sehr, sehr wild. Oh, ich wünschte, sowas hätte ich auch noch. Stark, ey, stark. Zu geil. Und das habe ich gesehen und dachte, Alter, was hast du damals geholt? What the fuck, Vergangenheits, Alex. Ja, gut. Und eine Aeon wolltest du auch haben, oder? Eine Aeon. Eine Aeon. Ja. Oh Mann, wenn die Jungs das hören, ey. Ich kriege nie wieder was von einer Aeon. Äh, Entschuldigung, Aeon. Aeon, ja. Aeon. Wir nennen es jetzt einfach nur noch Aeon. Ja, ist jetzt so. Das ist der neue Name. Ich erzähle jetzt einfach in einem Video, das sagen alle immer falsch. Das heißt eigentlich Aeon. Oh, bitte, mach das. Nee. Nee. Einfach nein. Schön. Ja, also das war auf jeden Fall so die Vergangenheit der Messe. Und es war wirklich immer, also ich war 16, 17, war ich garantiert nur einen Tag da. Ich glaube, 18 war ich zwei Tage da. Und 19 war ich alle drei Tage da. 19 haben. 19 kannten wir uns dann ja auch schon. Genau. 19 habe ich am Shishaya-Stand gearbeitet. Genau, da war ich auch sehr, sehr oft. Genau, du bist sehr, sehr oft zu mir nach hinten gekommen, hast dann was gegessen, was getrunken. Ja, ein bisschen gechillt. Bist mit mir Köpfe gebaut. Ja. Und dann. Ja, das war schon extrem geil. Sollen wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter vorne anfangen, um die Leute abzuholen und vielleicht so ein paar allgemeine Themen zu klären. An was denkst du? Also erstmal, Datum, klar. Achso, ja. Heute, wenn die Folge rauskommt, ist der sechste. Die Messe ist am sechsten, siebten und achten, wobei der sechste Fachbesuchertag ist. Das heißt, da brauchst du ein Gewerbe, um überhaupt ein Ticket für zu bekommen. Der siebte und der achte sind dann komplett offen für alle und es passiert auch eigentlich an den Tagen dann immer dasselbe. Also es ist nicht so, als ob Leute, die am achten kommen, was verpassen, was am siebten ist. Könnte natürlich sein, dass der eine oder andere Rapper oder sowas dann nur an einem Tag da ist, der dann nicht am anderen Tag da ist. Aber im Grunde sind die Tage identisch. Mit der Ausnahme, dass Freitag natürlich ein bisschen leerer ist. Genau. Ich persönlich habe für mich den Plan, dass ich Freitag mein Messevideo durchziehe. In der Hoffnung ist es ein bisschen leerer. Ich kann ein bisschen ungestörter filmen. Und Samstag, Sonntag wird für mich wahrscheinlich größtenteils einfach sein, mit euch abzuhängen. Also mit verschiedenen Kollegen, die da sind. Mit hoffentlich ganz, ganz vielen Shisha-Casts oder Shisha-WG oder meine Instagram-Follower. Dass ihr alle da seid, dass wir ein bisschen über Shisha quatschen können. Was wen am meisten auf der Messe abholt. Was ist das Highlight von jemandem und so. Weißt du noch, wie viele Abonnenten, also Abonnenten auf YouTube-Follower auf Instagram du auf der Messe 2019 hattest? Ja, habe ich ja eben gesagt. Also auf YouTube hatte ich unter 8.000. Oder ich glaube zwischen 8.000 und 9.000. Und auf Instagram hatte ich da, glaube ich, gerade die 10.000. Da war Insta noch größer als YouTube. Und jetzt sind wir einfach bei 105.000. So gestört eigentlich. Also ich freue mich auf die Messe wie Sau. Aber ich habe auch wirklich Respekt und ein klein bisschen Angst davor, wie es wird. Weil die letzten Jahre konnte ich mich noch sehr ungestört fortbewegen. Und hier und da kam mal jemand einer und meinte so, ey, du bist doch Shisha-WG, oder? Und dann war das auch extrem cool und ein Einzelfall. Ich glaube, das könnte dieses Mal ein bisschen anders werden. Aber Leute, ich will euch keine Angst machen. Wenn ihr mich seht, sagt sehr, 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 sehr gerne Hallo. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute man trifft. Oh ja, bin ich auch. Bei mir sieht es eigentlich aus, Freitag werde ich auch einen entspannten Rundgang machen. Wahrscheinlich auch ein Video machen. Und Samstag, Sonntag werde ich sehr, sehr viel bei Hooker Squeeze am Stand sein arbeiten. Ach krass, okay. Ich werde dann Köpfe bauen. Ha! Ja. Weak. Also muss ich diesmal zu Hooker Squeeze kommen, um mit dir rumzuhängen. Komm, du guckst uns zu Hooker Squeeze. Ja, machen wir das so rum. Der Max von Hooker Squeeze ist ja auch eine Seele von Mensch. So ein lieber Kerl. Ja. Echt einfach ein lieber Kerl. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum ich mich so sehr auf die Messe freue. Der Alex und ich sind ja jetzt Leute, die sehr, sehr tief in der Shisha-Szene stecken und auch sehr viel mitbekommen, bevor das viele andere mitbekommen. Und deswegen ist jetzt für mich auf der Messe gar nicht mal der relevanteste Punkt, holy shit, was gibt es alles Neues und ich will alles sehen und ich will alles probieren. Ich glaube, wir werden auch beide jeweils Sachen finden, die wir noch nicht kennen. Da kleiner Hint auf die Ausstellerliste. Aber zum größten Teil würde ich sagen, dass der Alex und ich in einer Position sind in der Shisha-Szene, wo wir weniger überrascht sind von der Messe als viele andere Leute. Wir kennen viele Stände schon, wir kennen die meisten Aussteller schon, wir kennen die meisten Produkte und wir wissen sogar schon das eine oder andere Ding, was da vielleicht auf der Messe vorgestellt wird. Und das wird uns vielleicht genommen, die Experience. Dafür haben wir aber umso mehr Zeit, um uns auf die Leute zu konzentrieren. Weil einer der schönsten Punkte am Shisha-Messe-Wochenende ist, dass einfach alle Leute aus der Shisha-Szene, fast alle Enthusiasten, Blogger, Hersteller und einfach jeder Mensch, der ein klein bisschen Interesse für Shisha hat, in Frankfurt ist und wahrscheinlich sogar auf diesem Messegelände ist. Und da habe ich so Bock drauf. Das ist auch das, worauf ich mich am meisten freue. So wirklich einen Tag, du kannst mit jedem, der da steht, quatschen. Non-stop über dein Lieblingsthema abnörden. Non-stop. Es wird so geil. Es ist wie eine 72-Stunden-Folge Shisha-Cast. Ja? Ja, also, haben wir schon erwähnt, bin hyped. Ja, so leicht, ne? Ja, also das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Alle Leute treffen, seien es Follower, Subscriber oder Hörer oder wie auch immer. Seien es Freunde, Bekannte, Mods, seien es Hersteller, Aussteller. Es wird ein Träumchen. Mega. Ich kann es wirklich nicht mehr abwarten, ne? Also ich zähle schon Tage mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Also spätestens seit deinem Stream bin ich ultrahyped. Also spätestens seit da. Ja. Davor hatte ich das ehrlich gesagt noch nicht so krass auf dem Schirm, dass es ja schon bald ist. Ja. Bei mir war, ich bin mir auch noch nicht bewusst, dass es so fucking nah ist. Aber ich meine, wir haben jetzt heute den 22. und am 6. geht es los. Also es ist wirklich nicht mehr weit. Heute in zwei Wochen? Heute in zwei Wochen. Und stehen wir auf der fucking Shisha-Messe, Alex. Es ist wirklich krank. Es ist wirklich einfach krank. So, aber um nicht einfach wieder nur in diesen, wir nerden ab und sagen, eigentlich die ganze Zeit nur dasselbe Modus zu kommen, wollen wir ja noch was anderes mit euch machen. Und zwar wollen wir einfach mal die Herstellerliste durchgehen und einfach mal gucken, wer so am Start ist. Ich wollte euch vielleicht auch den Tipp geben, ach, wir wollten ja noch bei der Messe weitermachen. Wir sind komplett vom Thema abgetrifft. Also, 6.7.8. Genau. Erstmal vorneweg, für alle, die jetzt zuhören, die nicht 18 sind, nein, ihr dürft nicht kommen. Es gibt keine Ausnahme. Auch keine Mutti-Zettel. Keine Erziehungsberechtigten, keine Mutti-Zettel, kein großer Bruder, der dabei ist. Keine unterschriebene Erlaubnis vom Bundeskanzler. Seid ihr nicht 18, kommt ihr nicht rein. Punkt. Thema abgehakt. Was wir gerade schon gesagt haben, es gibt keine Corona-Regularien. Es wird aber Einweg-Schläuche geben, die werden am Eingang verteilt und es wird Einweg-Schläuche vereinzelt an Ständen geben. Das heißt, oder ihr bringt halt euren eigenen Schlauch mit, wie es Marvin schon gesagt hat. Genau. Wird ich auch, glaube ich, machen. Wird ich auch auf jeden Fall machen. Wobei ich eh nicht weiß, wie viel ich dann wirklich da rauchen werde. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht gibt es hier und da dann doch mal was, wo ich probieren will. Genau. Oder ich mache es so, dass ich mir bei verschiedenen Ständen dann eine eigene Pfeife geben lasse oder in einer Lounge dann eine eigene Pfeife rauche. Aber ich glaube nicht, dass ich sehr viel von den Pfeifen rauchen werde, die da für alle dastehen. Denke ich auch. Ich werde es wahrscheinlich genauso machen, dass ich gucke, dass ich bei, wenn ich gerade Freitags meinen Rundgang mache, dass ich bei verschiedenen Herstellern da einfach mit denen eine Pfeife rauche. Oder ich komme dann Samstag, wenn ich wieder Nikotinsucht kicke, komme ich dann einfach bei dir bei Hooker-Schlüsse vorbei. Vielleicht kann ich mir da eine Pfeife nehmen. Mache ich dir eine frische Pfeife. Ja, genau. So werde ich das wahrscheinlich handhaben. Aber wahrscheinlich wird es schon das ein oder andere Ding geben, wo ich dann nicht widerstehen kann, um zu probieren. Denke ich auch. Aber vielleicht kann ich so das Risiko schon mal halbieren oder zumindest ein bisschen minimieren. Also ich muss zum Beispiel nicht die Flavor probieren, die ich entweder zu Hause habe oder ihr schon kenne. Richtig. Also ich werde mich jetzt bei Holster, außer sie haben den neuen Unicorn mit dabei. Können wir auch schon mal den News vorweg nehmen. Holster hat ja eine neue Sorte, den Unicorn angekündigt. Bin ich sehr gespannt. Vielleicht kann man die da probieren. Weiß ich aber gar nicht. Ich gehe stark davon aus, muss ich sagen. Ja, aber der kommt ja glaube ich erst zwei Wochen nach der Messe. Also weiß ich nicht, ob der dann schon zur Messe ready ist. Ach so. Ich dachte, der ist zur Messe. Ich dachte, Präsentation ist auf der Shisha-Messe. Also hoffe ich. Bin ich von ausgegangen. Aber einfach angenommen oder du hast was gesehen, was das bestätigt? Ich meine, es gesehen zu haben. Okay, das wäre dann cool. Ja, also wenn es dann so Sachen gibt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da zu viel Bock habe, das mal zu probieren. Aber tendenziell werde ich wahrscheinlich nicht an jeder Pfeife mal nuckeln, die da rumsteht. Um so ein bisschen zu gucken, dass das jetzt nicht übertriebenes Corona-Risiko ist. Genau, dann müsst ihr euch das so vorstellen. Es gibt halt bei der Messe Frankfurt eine riesige Schlange. Übrigens, Parkempfehlung ist das Meid. Nee, nicht Meidzeit. Wie heißt das Einkaufszentrum? Skyline Plaza. Skyline Plaza, richtig. Skyline Plaza, Empfehlung für Parken. Leider sehr teuer, aber dafür nah dran. Ich glaube, für einen Tag zahlt man da sogar 24 Euro oder sowas. Musst du halt den sauren Apfel beiessen, ist okay. Aber du hast einen Parkplatz auch. Du hast einen Parkplatz und du bist sehr nah dran. Genau. Ich hoffe, dass ich wieder den Vorteil habe und vielleicht auf dem Presseparkplatz parken kann. hoffentlich, weiß ich noch nicht. Aber das hat die letzten Jahre geklappt. Und ich hoffe, das klappt auch dieses Mal wieder. Aber mal gucken. Also, da wird man normalerweise einfach abgewiesen. Eigentlich schon. Aber vielleicht können wir dann die Messeleute anrufen und dann geht es oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist dann vor der Messe einfach eine sehr, sehr lange Schlange. Das stellt man sich an. Die, die als erstes kommen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr erst um, wann ist die Eröffnung? Neun oder zehn? Zehn, ne? Ich glaube, zehn Uhr. Ich glaube auch zehn. Aber ich kann auch gerade nochmal hier auf der Shisha-Messe-Website nachgucken, ab wann da wirklich Eröffnung ist. Hier haben wir die Aussteller. Wo war denn das? Mit den Öffnungszeiten. Wir sind Besucher. Öffnungszeitenanfahrt. Öffnungszeiten und Anfahrt. Die Öffnungszeiten, ah, ne, ab zehn. Genau, ab zehn. Alle drei Tage zehn bis 18 Uhr. Genau, alle drei Tage zehn bis 18 Uhr. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr sehr schnell drin sein wollt, seid auf jeden Fall eine ganze Ecke vor zehn Uhr da. Oh ja. Weil wenn ihr erst um zehn Uhr vor dem Ding steht, dann kann ich euch sagen, wird da eine krasse Schlange vor euch sein. Das wird extrem viel, weil ich weiß noch, wie es letztes Jahr am Samstag war. Da hat das ewig lange gedauert. Das kann gut sein, dass man eine Stunde braucht, um drinnen zu sein. Und dieses Jahr wird es, ich denke mal, um weiten mehr werden, als es 2019 war. Ich bin mir nicht sicher. Also auf der einen Seite ist die Shisha-Szene natürlich um einiges gewachsen. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass einige sagen, Messe schön und gut, aber mir jetzt nicht essentiell wichtig und ein großes Corona-Risiko. Also bleibe ich daheim. Ich sag mal so, ich bin mir sehr sicher. Okay. Also der Alex hat da wohl irgendwelche Infos. Gut. Und wie wir seit 2019 wissen, war es da schon extrem voll. Und wenn das dieses Mal dann anscheinend voller werden soll, dann wäre ich wirklich einiges früher da. Aber die Shisha-Messe hat sich auch weiterentwickelt. Und zwar gibt es dieses Jahr das erste Mal auch einen Outdoor-Bereich. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Es gibt die ganz normale Messehalle und einen Outdoor-Bereich extra noch, wo die so einen Shisha-Messe-Park, ich weiß nicht genau, was die da geplant haben. Aber bin ich auch sehr gespannt, was die da auffahren. Vor allem, wenn gutes Wetter sein sollte, kann ich mir vorstellen, dass das echt geil sein kann, wenn du da draußen dich hinsetzen kannst, vielleicht eine Pfeife rauchen kannst. Outdoor eine Pfeife rauchen wäre natürlich übertrieben geil. Kannst du drinnen rumlaufen, wenn du ein bisschen platt bist, setze dich draußen hin, rauchst mal eine entspannte Pfeife, das wäre klar. Ich kann mir ein paar Strandstühlen vielleicht dahingestellt. Ich denke mal, da wird es bestimmt auch noch ein Catering oder sonst irgendwas geben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr cool werden kann. Also essen und trinken konnte man sich eigentlich da immer irgendwo holen. Ja, safe, aber ich denke mal so für Outdoor, einfach fürs Feeling, weißt du, wenn ich da hinsetze, eine Pfeife rauchst, während die Kohle angeht, holst du dir noch irgendwie was Cooles zu essen draußen bei so einem Stand. Also kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr cool vorstellen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten, wie gesagt, ich werde Samstag, Sonntag bei Squeeze am Start sein. Zwar nicht den ganzen Tag über. Stürmt alle den Squeeze-Stand! Aber auch da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich kann da eigentlich schon mal eine Sache liegen, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, habt ihr es vielleicht sogar schon in den Storys gesehen. Squeeze wird es nicht mehr in den kleinen Durchsinn geben, wie ihr es bisher gewohnt wart, sondern es wird als Tubenform kommen. Das heißt, die Konsistenz wurde leicht angepasst, sodass man die jetzt auch in Tuben einfach benutzen kann. Das heißt, ihr habt weniger Aufwand, die in den Kopf reinzuhauen. Und bin ich auf jeden Fall sehr Hype drauf. Ich auch. Also das mit den Tuben finde ich eine richtig gute Idee. Ich denke, das ist einfacher zu handhaben, das ist gut zu lagern. Ich glaube, Tuben ist sehr gut. Und im gleichen Schritt kann ich sogar noch eine Sache leaken. Und ich hoffe, dass Max mich dafür nicht umbringt, dass ich das jetzt schon leake. Naja, es kommt ja letztlich an den Freitag die Folge. Ja, es kommt eigentlich an den Freitag raus. Aber ich kann es euch nachher in meiner Insta-Story verraten. Aber es werden zwei neue Flavor kommen. Es wird einmal Ananas kommen. Oh, wild! Und jetzt mein absolutes Highlight, wovon ich auch schon zu Hause fünf Dosen weggeraucht habe. Doppelapfel? Ne, Doppelapfel gibt es schon. Ach, der ist schon raus. Aber der, wo du überarbeitest, der ist wirklich mit Anis. Der ist geil. Okay. Kiwi. Kiwi, 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 Shisha Squeeze. Brutal. Also rauchst du jetzt immer nur noch Traube und Squeeze Kiwi oder was? Es ist so gut. Es ist... Bin ich sehr, sehr gespannt. Crapser.0, Kiwi Smooth, Kiwi drunter. Brutal. Mega. Okay, bin ich sehr gespannt. Kann ich mir ja dann auf der Shisha-Messe direkt angucken. Kannst du machen. Sehr gut. So, aber ich würde sagen, dann gehen wir mal rein in die Ausstellerliste, oder? Ich würde sagen, wenn man dann drin ist, beschreiben wir das Ganze nochmal. Ja, okay. Es ist wie eine normale Messe. Das heißt, es ist eine riesige Halle, die in einzelne Straßen sozusagen unterteilt ist. Und auf diesen Straßen sind dann eben mehrere Stände Stand für Stand. Bei den meisten Ständen ist es so, dass man nur außen dran vorbeiläuft sozusagen. Und da stehen dann meistens ein paar Pfeifen rum, die man eben probieren kann. Bei manchen Ständen kann man auch auf den Stand laufen und sich da noch Dinge angucken. Ja, meistens musst du dir so vorstellen, dass an den Außenbahnen, sage ich mal, sind immer diese kleineren Stände, wo du wirklich nur außen dran kannst. Und in der Mitte sind meistens diese Riesenstände. Früher war es Adalia, die dieses Jahr nicht da sein werden. Die sind gar nicht da. Adalia ist nicht da. Ach, krass. Aber dieses Jahr werden das andere Stände sein. Warum ist denn Adalia nicht da? Das weiß ich nicht. Haben die was gesagt? Ich habe nichts mitbekommen. Mir wurde nur die Info gegeben, dass Adalia nicht da ist. Mastef ist nicht da, Darkseid ist nicht da. Ja, das mit Mastef und Darkseid habe ich gehört. Finde ich erschreckend. Ich auch. Aber Adalia ist immer eine Konstante auf den Messen. Habe ich auch gedacht, ja. Sei es in der Tabak oder Frankfurt. Ist nicht. Andere kurze Zwischenfrage. Fliegst du eigentlich zur Messe in Sevilla? Ich weiß es noch nicht. Ich hätte Bock. und schaue ich mal. Ich will auch, lass uns doch da mal was organisieren. Ja. Vielleicht können wir auch noch ein paar Leute mitnehmen. Safe. Wann ist die? Und dann holen wir uns eine richtig geile große Hütte. Vielleicht sogar über eine Woche. Dann drei Tage Messe. Ich glaube, die ist im Juni. Können wir auch direkt mal auf der Seite hier noch nachgucken. Aber das wäre so eine Idee, die ich halt hätte. Ja, safe. Dass wir da irgendwie mit, weiß ich nicht, acht Mann rüberfliegen, uns eine richtig fette Hütte holen und dann da richtig geil uns eine schöne Woche machen und dann, ja, dann natürlich noch die Messe besuchen. Nee, hätte ich Bock drauf. Auf jeden Fall. Können wir gerne mal festhalten. Aber steht es überhaupt schon auf der Website drauf? Da. 17. bis 19.06. Ja. Also hätten wir dann in zwei Monaten direkt die nächste Messe. Und Sevilla ist halt auch geil, weil die komplett Outdoor ist, ne? Ja. Die ist komplett Outdoor und auch eher abends. Ich weiß gar nicht, ob hier schon Zeiten dabei stehen. Aber wir sind ja schon da dran vorbeigefahren. Ja, an dem Messegelände waren wir natürlich letzte Woche. Guck, hier ist die Schlange draußen. Krass. Sehr, sehr wild, ja. Aber... Ja, nee, lass mal festhalten. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich auch extrem Bock drauf. Hier, Opening Out. Ah, jetzt kommt da irgendein Scheiß-Pop-Up. Ja, guck, die macht nämlich erst um 6 Uhr abends auf. Ja, gut. Im Juni ist halt in Spanien heiß. Stell dir vor, du läufst da 10 Stunden in der Sonne rum und rauchst dabei, da würde der eine oder andere aus den Latschen kippen. Das heißt, wir chillen uns nachmittags ins Boho und dann geht's ab auf die Messe. Richtig, richtig. Ja? Ja. Man könnte sogar gucken, ob wir vielleicht dann drei Tage vorher oder so da sind, uns ein Airbnb unten im Süden holen und dann zur Messe drei Tage ein Airbnb, dann irgendein Scheiß-Airbnb, Hauptsache da steht ein Bett drin. Ja. Und dann machen wir da geilen Spanien-Ausflug, Shisha-Cars-Goes, Shisha-Messe, Espanja. Ja, mega. Lass das mal wirklich verfolgen. Hier, Flo, du organisierst das, ne? Gut, aber kommen wir wieder zum Messe Frankfurt. Genau, also wie schon gesagt, an den Seiten wird es immer so kleinere Stände geben, wo man halt außen meistens rauchen kann und in der Mitte sind meistens die großen Stände, also wirklich extrem große, wo dann auch meistens Lounges mit verbaut sind, wo man sich hinsetzen kann, auch die letzten Jahre konntest du bei Adalia zum Beispiel dir da eine Pfeife bringen lassen, da dann ein bisschen chillen. Ich weiß, ich meine Chaos, Holster auf jeden Fall. Holster hat auf jeden Fall eine Lounge. Genau. Da kann man sich jetzt auch schon jeden Abend Tickets kaufen. Wenn der Chaos raus ist, ist es aber vorbei. Aber es wird auch Abendkassekarten geben. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Ja. Ja, die haben auf jeden Fall welche der großen Stände, wo ich davon ausgehe, dass da Lounges mit verbaut sind, wie bei Holster auf jeden Fall. Ansonsten weiß ich gar nicht, wer noch groß ist. Ich glaube, Shisha-Kartell hat einen relativ großen Stand am Start. Würde mich wundern, wenn er nicht groß ist. Denke ich nämlich auch. Bei Alfacher. Ja. Nee, aber bin ich sehr, sehr hyped. Und wie gesagt, da könnt ihr dann wirklich rumlaufen, im Endeffekt die ganze Zeit Pfeife rauchen, wenn ihr Lust habt. Es wird, wie gesagt, verschiedene Lounges geben, wo ihr manchmal entweder kostenlos, also bei Adalia konntest du eigentlich mal kostenlos eine Pfeife rauchen. Aber bei den meisten Lounges ist es so, wenn ihr euch hinsetzt und eine eigene Pfeife rauchen wollt, ist das wie in einer Shisha-Bar. Genau. Kostet dann wahrscheinlich so zwischen 10 und 15 Euro. Bei Holster ist es zum Beispiel so, zwei Personen, zwei Drinks, eine Shisha, 10 Euro. Kannst du absolut nichts sagen. Kannst du nicht meckern. Kannst du nicht meckern. Und manchmal ist es halt bei, also bei Black Kokos war das, glaube ich, immer so, das war auch an Verkäufe gekoppelt. Ich glaube, wenn du so und so viel Waren wert gekauft hast in Kohle. Was ja auch ganz geil ist. Ja, Kohle brauchst du eh immer. Überleitung, wenn du Ware kaufst, kann man denn einkaufen? Ja, man kann auf der Shisha-Messe einkaufen. Es gibt auch an vielen Ständen Messeangebote. Und wenn man dann sonntagsabends da ist, kann man auch meistens nochmal ein bisschen falschen. Dann kann man nochmal ein bisschen handeln. Weil wenn du jetzt Black Kokos sagst, du kommst da hin und sagst, lieber Herr Black Kokos, ich würde gerne bei Ihnen jetzt 40 Kilo Kohle erwerben, die Sie dann nicht mehr mit nach Hause tragen müssen. Dafür hätte ich aber gerne nochmal einen zusätzlichen Rabatt von 20%. Könnte das gut sein, dass der liebe Herr Black Kokos dazu Ja sagt. Ja. Also da muss man, das ist eine Messe, da kann man auch ein bisschen mit den Jungs reden. Bei Tabak geht das natürlich nicht. Da ist die Steuerbanderole drauf. Das ist der Preis. Fertig. Aber bei so Sachen wie Kohle, Pfeifen, Köpfe, Allgemein alles, was die Leute halt wieder mit nach Hause nehmen mussten. Deswegen war ich auch früher immer nur sonntags auf der FIBO. Weil sonntags wurde dann alles rausgegeben, was nicht mehr mit nach Hause gehen sollte. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, einkaufen könnt ihr auf jeden Fall. Und es wird sehr, sehr viele Rabatte geben. Also was ich bekommen habe, wird es auf jeden Fall auch gute Rabatte geben. Ach, weißt du schon ein paar? Oder hast du so Ankündigungen gehört? Ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel bei Aladin gute Rabatte am Start sein werden. Okay, wild. Also eine MVP noch mal günstiger ziehen. Genau. Okay, sehr nice. Und es kommen sogar noch, ich leag jetzt einfach weiter. Es werden bei... Da legst du noch alles raus. Und es wird bei Aladin sogar noch zwei Modelle kommen. Maschallah. Ja. Sehr stark. Ja, da weißt du mehr als ich. Ja, dafür brauchst du noch was anderes. Ich weiß aber noch ein paar andere Sachen. Aber das darf ich nicht liegen. Okay. Also eine Sache kann ich noch liegen. Ja. Die kann ich sogar heute full erzählen. Obwohl ich sie in unserer Gegenwart auf gar keinen fucking Fall jemandem erzählen darf. Aber wenn diese Folge rauskommt, dann ist das ein Tag her, seitdem ich das erzählen darf. Also wenn alles genauso gelaufen ist, wie es laufen soll, dann kam gestern mein Video zu der Pro X3 online. Okay. Und das heißt, ich werde euch heute bei den News noch eine Menge über die Pro X3 erzählen, obwohl ich sie noch gar nicht da habe. Aber in unserer Gegenwart war ich gestern bei Stimulation. Ja. Und konnte schon die Pro X3 rauchen. Aber dazu mehr im News-Segment. Also dranbleiben, Freunde. Gut. Aber Messe ab 18. Den Ablauf wisst ihr jetzt auch ungefähr. Man kann Sachen kaufen. Man kann Sachen rauchen. Es gibt Essen. Es gibt Trinken. Ihr könnt euch aber natürlich auch was in den Rucksack packen, wenn ihr euch eine Stulle einpacken wollt. Wenn ihr euch eine Flasche Wasser mitnehmen wollt. Was? Eine Stulle. Ja, eine Stulle. Sollen wir über den Deutsch. Genau. Sollen wir über den Eimerns. So, dann geht das natürlich alles und dann ist das auch alles fein. Als nächstes würde ich sagen, kommen wir langsam mal zu der Ausstellerliste. Wir wollen einfach die Eimer mit euch durchgehen. Viele lassen wir einfach unkommentiert und lesen die einfach nur vor. Bei denen, wo wir was dazu sagen können oder wollen oder die uns irgendwie besonders beeindrucken oder wen wir dann auch vermissen am Ende, kommen wir dann nochmal gesondert zu. Angefangen mit einer konstanten seit der Shisha-Messe 2019. Also die eine Messe, die es seitdem gab. 0,3,0 Tobacco. Der Berliner Tabak. Genau. Die sind auf jeden Fall am Start. Habe ich bis jetzt nur den Sternenstaub geraucht. Der war okay. Welcher war das? Das war dieser Grapefruit-Tabak. Ah, okay. Meiner Meinung nach mit einer leichten Zimtnote. Okay. Auch wenn alle sagen, ist nicht so, aber für mich war das so. Auf jeden Fall habe ich von denen noch nicht viel probiert. Nee, ich auch nicht. Ich habe nur gehört, dass der Cola von denen ganz gut sein soll. Aber bei Cola bin ich mittlerweile sehr, sehr voreingenommen, was Focke Live angeht. Muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ich schaue mal vorbei. TPD-konforme Cola. Schwer das so hinzubekommen, wie Focke Live das eben macht. Genau. Dann 18 Karat. Der hat mich ja positiv überrascht. Da war ich ja bei den Al-Vasir-Jungs und da gab es einige Flavor, die echt gut waren. Gerade der Puscher, das war Traube-Johannisbeere. Der war echt gut. Der war echt gut. 187 Tobacco. Wäre tatsächlich mal wieder ein guter Anlass, um sich vielleicht mal eine Dose mitzunehmen und sich den mal wieder anzugucken. Alle sagen, der ist super schwach, aber ich persönlich kann kaum mitreden, weil ich den seit bestimmt anderthalb, zwei, vielleicht sogar länger gar nicht mehr geraucht habe. Same, aber ich bezweifle, dass da großartig was geändert wurde, um ehrlich zu sein. Bezweifle ich auch, aber bei sowas ist ja die Messe ein Anlass. Wenn die mir da eine Pfeife anmachen würden, würde ich den da auf jeden Fall mal wieder probieren. Vielleicht würde ich mir sogar mal wieder eine Dose mitnehmen. So, was steht da als nächstes? Das kann ich nicht lesen. Das ist Amosa. Amosa-Tabak. Okay, das kennt man ja auch schon. Genau. Fand ich auch mal gespannt. Die Traubmünze sind nicht schlecht. Schauen wir mal, ob die vielleicht irgendwas Neues haben. Ja. Und speaking of was Neues haben, da kommen wir schon zu der ersten kryptischen Nachricht des Tages. Und zwar steht da Aeon Group. Ja. Aeon. Ja. Vyro. Aeon meinst du, oder? Aeon. Aeon, Entschuldigung, Entschuldigung. Aeon, Vyro und Nevo. Ja. Und ich weiß schon mehr. Ich nicht. Mich hat der Text, ich habe schon ein bisschen drüber geschaut und dann habe ich da Nevo gelesen und dachte so, what? Ich weiß schon mehr. Okay. Und ich könnte jetzt auch mehr dazu erzählen. Aber ganz ehrlich, ich möchte euch eigentlich nicht den Moment nehmen, an diesen Messestand zu laufen und das zu sehen. Okay. Und deswegen werde ich dann nicht mehr zu erzählen. Erzählst du es mir gleich? Ich kann es dir gleich erzählen. Wenn du dir die Überraschung selbst versauen willst, dann habe ich ja deinen Konsent, dann ist das okay für mich. Aber euch werde ich es noch nicht erzählen. Ihr müsst das dann, wenn ihr jetzt heute, morgen, übermorgen auf der Messe seid selbst erfahren. Ansonsten erfahrt ihr es im nächsten ShishaCast, wenn wir dann über die Messe reden, wie sie war. Ja. Gut, dann haben wir Eino. Die Jungs kennt man auch schon. Der Tabak ist solides Mittelmaß, würde ich sagen. Ich fand, so ziemlich jede Sorte ist echt okay. Aber keiner hat mich übertrieben krass abgeholt und ich fand keine schlecht. War Eino nicht, waren das nicht auch die Jungs, die beim 100k-Stream noch was dazugegeben haben? Genau, ja. Von denen hatten wir auch viel Tabak beim 100k-Stream am Start. Ja. Und die Jungs sind auch übel nett. Der hat mich sogar letztens, der eine Eino-Chef hat mich letztens sein Model Y fahren lassen beim SK-Event in Frankfurt. Krass. Der meinte so, der war mit uns essen, wir waren ja noch ein Happen essen vorher und dann sind wir so, da meinte er so, ja, ich kann euch auch mitnehmen. Und dann meinte ich so, ja, cool. Und dann laufen wir so auf sein Auto zu und dann steht da ein Model Y und ich so, Digga, ist das Model Y dir? Und er so, ja, ja. Und ich so, Und wie ist der und wie fährt er sich? Und er drückt mir einfach so seinen Schlüssel in die Hand. Ich hab gar nicht gefragt, aber war für mich killer. Ich bin ja ein kleiner Tesla-Fanboy, auch ein Elon Musk-Fanboy und dann hat er mich das Model Y fahren lassen. Und seitdem ist das tatsächlich meine Nummer 1 Option, falls mein Auto irgendwann mal auseinanderfällt oder keinen TÜV mehr bekommt, der jetzt bald ansteht, würde ich mal gucken, wie viel so ein Model Y als Geschäftsleasing kostet und ob das nicht vielleicht drinnen wäre. Müsste man dann mal gucken. Wäre aber auf jeden Fall eins meiner Traumautos, wenn das dann drinnen ist und so. Genau, dann haben wir als nächstes Alaini Shisha, da hast du ja schon ein bisschen angekündigt und dann haben wir, was steht da als nächstes? Alias Nageli? Stimmt das? Da steht Al-Alais? Alias Nageli. Da haben wir tatsächlich beide keine Ahnung, wie sich das anhört. Dann gibt's, aber das ist halt auch cool, da bin ich halt jetzt schon gespannt, was ist das, Digga? So, ob das jetzt Schmutz ist oder nicht, keine Ahnung, aber ich will jetzt wissen, was es ist. So, dann haben wir Al-Vazir, die Jungs kennen wir auch, da bin ich auch gespannt auf den Stand, auch immer wieder schön die Boys zu treffen, mit dem haben wir auch viel auf dem Winterland, Shisha Winterland gequatscht. Genau, ist auch super coole Jungs. Ja. Dann kommt Anima Huka. Sagt dir das was? Absolut gar nichts. Okay, gut, mir nämlich auch nicht. Gut. Aber wieder was, was man eben rausfinden kann. Agile Tobacco kommt, da kann ich die Jungs mal fragen, warum der MBM Hazard einfach nur fucking kalt ist. Ich hab, das Ding ist, Agile habe ich zweimal geraucht und ich gehe auf jeden Fall zu dem Stand, weil zweimal geraucht und zweimal echt scheiße gefunden. Und du fandest ja einen Flavor nicht schlecht und ich glaube, Ali feiert auch einen Flavor, deswegen bin ich da super gespannt drauf. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es der Chapo Le Moon oder Le Le Moon Mint war, den ich geschmacklich gut fand, aber also ich rauche ihn trotzdem nicht. Also er hat mich trotzdem nicht abgeholt, aber ich bin mal gespannt. Dann kommt noch Aroma King. Keine Ahnung. Das hört sich, ich meine den Namen schon mal in Verbindung mit Vape gehört zu haben. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Okay. Dann kommt Arvoria, kenne ich auch nicht. Sag mir auch nichts. Baba Coco, wohl eine Kohlemarke. Dann gibt es bei Black Coco gleich zwei Stände, aber ich denke, das wird zu einem kombiniert. Das ist aber nur die Kohlestation. Also da können sich, Black Coco stellt wahrscheinlich wieder die Kohle für die Leute, die auf der Messe halt Pfeifen anbieten wollen. So, ich habe so ein bisschen die Zange und Teller im Leben. Ja, ja, kein Problem. Warte mal, ich kann es auch ein bisschen hier. So sieht es besser. Das ist doch angenehmer. Ja. Genau, also Black Coco kommt auch. Dann haben wir B&B Shisha mit dem Afsal-Tabak. In Deutschland sehr unbekannt, haben aber tatsächlich viele ausgefallene Sorten, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Basilikum oder auch Tomate und all so Sachen. Okay, ist das Virginia Plant? Ja, ist Virginia. Okay. Ja, bin ich gespannt. Dann kommt noch Boom Bear Tobacco. Kennst du den? Literally nie gehört. Habe ich die Messe-Einkündigung gesehen und dachte, noch nie von gehört. Ja, aber das ist halt das Geile so. Da sind halt auch einige News für uns dabei. Dann kommt noch Bubbles Tobacco. Da wissen wir schon mehr. Ihr aber noch nicht. Ja. Ja. Dabei bleibt es bei eben für jetzt auch. Als nächstes haben wir bei Candy. Freue ich mich auch drauf, die Jungs zu sehen. Immer gut drauf. Da können wir eine schöne Runde saure Würmer rauchen gehen. Oh ja. Der geht auch immer rein. Und dann kommt C-A-G-S Tobacco oder Cags. Keine Ahnung. Cags C-A-G-S Tobacco. Weiß ich nicht. Klingt auch eher wie eine Firma, die eher Maschinen baut oder sowas. Capital Bra Smoke ist am Start. Gut, vielleicht können wir dem guten Capital da mal Hallo sagen. Weiß nicht, ob der kommt. Aber es werden bestimmt einige Rapper wieder am Start sein. Ich gehe davon aus, dass einige Rapper am Start sind. Ja. Chaos Tobacco würde ich tatsächlich auch mal wieder gerne ein paar probieren. Ründchen Fallem. Ründchen Fallem, genau. Gerade den würde ich gerne wissen. Aber vielleicht kommt ja auch die eine oder andere alte Sorte vielleicht. Vielleicht gibt es mal eine Neuauflage vom Oriental Chai oder sowas. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Chilma Tobacco haben wir am Start. Die Jungs kommen ja aus unserer Gegend. Auch sehr liebe Jungs. Bin ich auch sehr gespannt. Coco Soul ist am Start. Coco Yaya ist am Start. Kontraband. Keine Ahnung, was die machen. Dime Tobacco. Auch nie gehört. Irgendwann mal gehört, aber ich kann es nicht zuordnen. Diamond am Start. Kennt man auf jeden Fall. Bin ich auch mal gespannt, ob die Jungs was Neues haben. Wenn ja, was? Ja, bin ich auch sehr gespannt. Und da sieht man wahrscheinlich wieder die eine oder andere Karre und hübsche Messe-Dame auf dem Stand. Da lassen die Jungs sich ja meistens nicht lumpen. Elbadia, ein französischer, sehr großer Großhändler. Ein sehr Großhändler. Sehr Großhändler? Ja. Kein Großhändler, das ist ein sehr Großhändler. Die machen zum Beispiel so Sachen wie den Kasarkopf und sowas. Ah, okay. Die vertreiben den. Sind das die? Ah, ja, okay. Haben die nicht auch Tesa dann? Ja, genau. Ja, okay. Ja, genau. Das sind auch die mit der Heißt das Tesa? Ich dachte immer, es heißt Zar. Tesa klingt so nach Tesa. Ich weiß, ja. Ich dachte immer Zar. Keine Ahnung, aber wir wissen, über welche Pfeife wir reden. Wo war ich denn jetzt? Elektrosmog. Elektrosmog kommt. Ambury Shisha kommt. Finde ich sehr geil. Eine russische Shisha-Marke oder ist das Ukraine dann oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall irgendwas aus dem Raum Osten. ESCA. Absolut keine Ahnung, was das ist. Etnaterm. Auch keine Ahnung, was das ist. Nee. No idea. Expot. Auch nie gehört. Nee. Fagon. Ein sehr groß Händler aus Spanien. Inklusive der King Coco. Die wollte ich eigentlich die ganze Zeit mal in Spanien probieren, bin ich aber nicht zugekommen. Vielleicht kann ich mir da ein kleines Probepäckchen auf der Messe abholen und dann kann man die mal testen. Viel GmbH. Keine Ahnung, was das ist. Nee, sagt auch nichts. Fiftys. Machen auch Tama. Kennen wir auch schon. Freestyle Tobacco. Michael ist auch am Start. Genau. Fresh Smoke. Also die Mehrkammerkühlungssystem Kunststoff Shisha. Fuat Ergin. Ja. Keine Ahnung. Fumant. Hab ich glaube ich schon mal gehört, wüsste ich jetzt aber auch nicht, was die machen. Aber ja, genau. Fun for four. Die Spieletische werden ausgestellt. Oh, zocken wir erst mal am Freitag eine Runde Magic Towers. Machen wir, machen wir, machen wir. Machen wir eine Runde Magic Towers auf der Messe. Safe. Gemini Shisha. Kenn ich den Namen, kann es aber keinem Produkt zuordnen. Same. Same. Golden Smoke. Die machen Tabak. Kennt man auch. GOT, also German Oriental Tobacco. Weiß ich nicht, warum die jetzt drei Stände haben. Also GOT ist ja die Mutterfirma, aus der Al-Wazir und 18 Karat kommt. Warum die jetzt einen GOT, vielleicht haben die eine GOT-Lounge für die Businessleute, die quatschen wollen. Und dann gibt es den Al-Wazir. Ja, ich denke mal B2B-Bereich dann. Maybe sowas. GT. Manufaktur. Manufacture. Manufacture. Ja. Sagt ja auch genauso viel wie mir. Ja, genau. Habibus müsste der Tabak von Basil sein. Soweit ich weiß, habe ich aber auch nie probiert. Hast du da mal was probiert? Nee. Okay. Da würde ich auch mal probieren, glaube ich. Ja, wenn die da sind, why not? Dann Hasso ist am Start, sind ja auch seit 2018, 17 eigentlich immer da gewesen. Weiß ich nicht, haben in meinen Augen in den letzten Jahren relativ stark nachgelassen. Vielleicht gibt es da was cooles Neues. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Holster ist natürlich am Start. Muss. Ja. Muss. Das ist einer der Stände, wo ich mich sehr drauf freue. Ja. Nicht nur, weil man die Holsterboys mal wieder sieht, sondern weil die hoffentlich auch die Unicorn-Sorte dabei haben. Da bin ich super gespannt drauf, weil ich kann, das wird so ein Top- oder Flop-Ding, glaube ich, bei mir. Ja, bei mir auch. Hooker House, also Schläuche irgendwas. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt, was das ist. Ja. Habe ich noch nie gehört, die Marke. Ich auch nicht. Hooker Squeeze natürlich. Kennen wir auch beide nicht. Nee. Nee, Spaß. Also da werdet ihr den Alex finden. Für alle, die jetzt auf dem Weg zur Messe sind, könnt ihr euch schon mal merken. G08. Yes. Da werdet ihr den Alex finden können. Hooker In ist am Start. Ja. Freue ich mich auch drauf. Mit den Jungs kann man immer ein Köpfchen rauchen. Ja. Hooker Monk. Kenn ich auch nicht. Cookie. Kenn ich auch nicht. Easy Distribution. Kennt man. Echt? Ja. Was machen die? Boah, die haben Kohle. Eigene Kohle und die haben... Was für eine Kohle haben die? Ich weiß nicht. Die haben aber auch diesen einen Tabak. Ah, den einen Tabak, Alex. Danke dir. Ich weiß, ich komme gerade nicht drauf, wie... Na gut, du kannst ja mal nachgucken. Ja, ich komme mal weiter. Cara Duman kommt noch. Kenne ich auch nicht. Kioske. Also ich denke mal, dass damit wirklich eine Area gemeint ist, wo wirklich dann die Kioske auch sind. Legacy Smoke ist hier der Kollegatabak. Lika Tobacco. Kenne ich auch nicht. Lion of Babylon. Kenne ich auch nicht. Lira Tobacco. Den haben wir schon auf der... Auf dem... Winterland. Genau, Winterland-Messe-Event kennengelernt. Dann kommt noch Linden. Kenne ich auch nicht. Doch, das ist Vape. Linden ist Vape. Linden ist Vape? Ja. Okay. Ja, dieses Jahr kann ich mich ja sogar auch ein bisschen mehr auf den Vape-Ständen ausprobieren. Ich denke auch mal, dass Ex-Pot, was oben war, auch Pot-System irgendwas. Pot-System, irgendwie sowas. Also ich meine, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ich finde den Chat gerade nicht. Ich meine, Izzy ist Bonche. Ah, okay. Ich glaube, das ist Bonche. Das wäre cool. Und die haben noch eine eigene Kohle-Marke, aber zu 100% kann ich es nicht sagen. Ja, okay. Aber das wäre ja schon mal cool. Ja. Dann gibt es noch Magnum-Shisha-Up. Da kann man auch safe mal vorbeischauen. Könnte ich mir vielleicht endlich mal einen neuen Schlauchanschluss für meine Tradi abholen. Der ist mir kaputt gegangen. Mataleon. Bin ich auch gespannt, was die so am Start haben. Masaya. Nicht so mein Tabak. Eher ein bisschen oldschool. Aber für den einen oder anderen, der so eher den traditionellen Shisha-Tabak mag. Sehr interessant. MBM-Tobacco habe ich auch gar keinen Vertrag mit. Das ist auch ein Rapper-Tabak, soweit ich weiß. Ja. Ich weiß aber gerade nicht mehr von wem. Hat das nicht Babassat? Keine Ahnung, kann ich dir wirklich nicht sagen. Aber habe ich auch noch nicht geraucht. Aber der soll nicht schlecht sein, meine ich. Doch, das war Babassat. Ja? Safe, ja. Da gibt es nämlich vielleicht auch noch andere News. Okay. Dann Mero-Tobacco. Weiter Rapper-Tabak. Da können wir ganz schnell dran vorbeilaufen. Können wir Mero kurz Hallo sagen? Ich wüsste nicht, wie der aussieht. Mero? Ja. Wüsste ich auch nicht. Aber war er nicht sogar auf den Dosen drauf? Stimmt ja. Also erkennt man auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall erkenne ich den. MIG. MIG. Was? Sehr cool. Chutura. Ich weiß nicht, ob das eine neue Marke dann von denen ist oder ob die sich den Stand teilen. Mix 2 ist da. Oh, krass. Bin ich gespannt. Monkeys Tobacco. Sag mir nix. Mir auch nicht. Mojaik Germany. Das ist cool. Könnt man, ja. Ich finde die Jungs, ich finde die machen coole Sachen. Aber, also ich finde die haben coole Ideen, aber die Produkte sind noch nicht da, dass ich sie dauerhaft benutzen möchte. Sie sind in meinen Augen noch nicht ausgereift für die momentane Szene in meinen Augen. Also die Produkte an sich sind cool. Fehlt vielleicht so die letzte Feinschliff an Umsetzung, ja. Aber ich finde es sehr, sehr cool, was die an Ideen raushauen. Ja, safe. Dann, einer der Stände, wo ich auf jeden Fall am meisten Zeit verbringen werde, Mose auf dem Stand C02. Was ist das denn? Dieses Mose? Das ist dieses Brese. Brese? Brese Pfeife, ja. Ach, du meinst die Brezel? Brezel, habe ich doch gesagt. Ah, ja. Okay, sag mir was. Und die Brezel 2. Und die Verity. Ah, ja. Verity. Ich glaube, die habe ich irgendwann mal gehört. Ja, ja, ja. Mr. Smoke, ebenfalls ein Spanier. Der hat zum Beispiel diese lustige Kohlezange, die aussieht wie ein Schnurrbart. Ah, ja. Das ist Mr. Smoke. Ja, dann kommt nämlich Nameless. Ja. Bei Nameless bin ich tatsächlich gespannt. Könnte man mal wieder probieren, wie der Black Nana heißt. Ob es da vielleicht News gibt. Oder einfach mal die Jungs anscheißen, warum sie meinen geliebten Tabak nicht mehr so machen wie früher. Ja. Also ich würde gerne zu den Jungs gehen und denen sagen, Jungs, bitte gebt mir den alten Black Nana mit einem Shot-System. Weil auch der Black Nana Shoot-Me-Edition ist für mich absolut nicht das gleiche wie früher. Nee, selbst nicht. Und vielleicht gibt es ja einen guten Grund dafür, warum das nicht mehr geht. Aber könnte man ja auf jeden Fall mal nachfragen. Aber das Ding ist halt, der läuft momentan trotzdem noch extrem gut. Also mich fragt zum Beispiel, wenn ich streame, habe ich mindestens fünfmal im Stream die Frage, ob ich Black Nana auch so geil finde. Ja. Ja, aber mir schreiben auch Leute, ey Marvin, du hast ja gesagt, der Black Nana ist so geil, ich habe mir den jetzt mal geholt wegen dir. Und ich denke mir so, Bruder, das Video ist drei Jahre alt und ich rauche den seit einem Jahr nicht mehr oder so. Aber ja, kann man ja einfach mal mit den Jungs quatschen. Vielleicht haben die einen guten Grund dafür, warum es so ist, wie es ist. Oder vielleicht gibt es da News, keine Ahnung. Dann gibt es noch Nara Coco. Bin ich mal gespannt, was das ist. Nagile Usmani, absolut keine Ahnung. Nasch wird einen Stand haben, das ist auch sehr cool. Die New GmbH ist da. Sagt dir das was? Ich glaube, es sagt mir was, aber ich weiß es nicht. Mir sagt es gar nichts. NPS Nagilem ist auf jeden Fall am Start, auch cool. Vielleicht haben die auch was Neues im Petto, weiß ich nicht. Nubia Tobacco ist da, das ist auch cool. Also, weiterer Stand von Michael, wollte ich mal sagen. Genau, weiterer Stand von Michael. Genau wie? Genau wie Odinson, auch ein Stand am Start. Könnte man auch mal wieder probieren, wäre ich offen für. Stimmt, ja, safe. Weil ich glaube, ich bin geraucht. Odoman hat auch immer recht ausgefallene Pfeifen, gerade so für den Outdoor-Bereich oder Travel-Bereich haben die eigentlich ganz coole Sachen, auch immer so mit Tasche und sowas. Könnte was ganz cooles dabei sein. Orania Tabak. Ja, jetzt guck mal eins weiter runter. Orion Tobacco. Achso, nee, ich habe zweimal Orania, einmal Tabak, einmal Tobacco gelesen, deswegen war ich gerade kurz verletzt. Achso, ja, Orania und Orion. Ja. Kennst du beide? Ja, kenn ich aber beide nicht. Overdose ist ein Tabak, der vor allem in Spanien relativ beliebt ist. Die haben, glaube ich, auch die eine oder andere coole Sorte, kann man sich dann auch mal durchprobieren. Pte Jaffa. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Kuala Huka. Auch nie gehört. Kasar. Das sind, wie gesagt, hier unsere französischen Freunde. Dann gibt es noch Kuka Shisha. Habe ich auch nie gehört. Rauch Campus. Weiß ich nicht, ob das vielleicht der Bar-Bereich sein wird. Könnte ich mir nämlich vorstellen, ja. Revoschi wird am Start sein, bin ich auch gespannt. Bei Revoschi wird man wahrscheinlich auch den neuen Shuffle mal probieren können. Ich bin so hyped auf den. Ich habe so Bock. Bei mir sind heute 55 Gramm Päckchen angekommen. Wo kann ich da eins? Daheim. Nicht hier im Studio. Royal Distribution. Klingt nicht so, als ob das für Endkonsumenten interessant ist. Salt. Könnte auch wieder Vape-Zeug sein. Ja, Salt sind die Einmal-Vapes. Salt sind Einmal-Vapes? Diese, sind das nicht dieses Salt? Weil die haben, es gibt ja auch die Salt-Liquids. Ach so. Die dann auch mit Nikotinsalz sind. Ich meine, diese Salt, wenn diese Salt, heißen die Salt-Switch, diese Einmal-Vapes? Keine Ahnung. Ja, okay. Ich will auch gar nicht zu viel von diesen Einmal-Dingern. Also, wenn die mir einen Haufen davon auf der Messe in die Hand drücken, nehme ich die sehr gerne mit. Falls mal mein Akku leer ist, mein Liquid leer ist, dann schmeiße ich mir einfach fünf davon ins Auto für schlechte Zeiten. Aber ansonsten, kennt ihr meine Meinung zu den Einmal-Vapes? Für mich ist das unnötige Umweltverschmutzung, abgesehen von Notfällen. Und viel zu teuer. Und viel zu teuer im Vergleich zu so einem Pot-System, so einer Stick-Vape oder so, die man wieder befüllen kann. Ist für mich die bessere Alternative. Savu, auch cool. Kann man auch definitiv mal den Jungs Hallo sagen. Oder die ein oder andere Sorte rauchen. Vielleicht so ein bisschen Green Bear oder sowas. Sand Tobacco. Kenn ich nicht. Nie gehört. Shades Tobacco. Da werde ich bestimmt auch ein bisschen Zeit verbringen. Die Jungs sind ja auch bei uns aus der Gegend. Die kennen wir mittlerweile gut. Da bin ich sehr gespannt drauf, welche Flavor die auf die Messe jetzt mitbringen. Ja, wir konnten ja ein paar Prototypen auf dem Winterland rauchen. Der Himmit hatte im Homera einen Shot da von einer der neuen Sorten, die die nochmal massiv überarbeitet haben. Ich habe nur dran gerochen, aber vom Geruch nice. War das der, den wir dort geraucht haben? Ja. Okay. Aber der hat ganz anders gerochen. Okay. Ja, da bin ich sehr gespannt. Shanti, auch cool. Shisha Arabica mit Shalouf und KS. KS, ja. Also für alle Leute, die sich vielleicht einen neuen KS-Apo oder sowas in die Richtung ziehen wollen, wird das auf jeden Fall interessant sein. Dann Shisha Kartell. Natürlich. Bin ich sehr gespannt, wie der Stand werden wird. Shisha Original. Ja, kann man machen. Ausgefallene Pfeifen kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist da, ja. Shisha Turbine, da wird der Alex viel Zeit verbringen. Nee, der Alex war ein bisschen... Vielleicht bringe ich meine Turbine mit und lasse dort auswechseln. Ja, das würde ich doch mal machen. Ja. Würde ich mal machen. Sag mir Bescheid, komme ich mit der Kamera mit. Kommst mit. Ja. Shisha Matic, kenne ich nicht. Nee. Shisha Max, eingetragener Kaufmann, ist auch ein Großhändler. Shisha Messe Selection, ich denke mal, da wird dann so ein Automat stehen, dass man sich da noch ein bisschen was ziehen kann. Nee, Shisha Messe Selection ist doch auch unter anderem die Sachen, die wir als Goodiebag mitbekommen haben. Wir haben doch eigene Produkte. Ah ja, cool. Ah ja, cool. Da bin ich sehr gespannt drauf. Shisharia, die hatten früher diese kleinen Einweg-Shishas in dieser Becherform. Ah, okay. Bin ich mal gespannt, ob die was Neues haben. Dann gibt es noch Shoptimo. Kenn ich nicht. Nee. Sid Sam, kenn ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Signet Shisha, kenn ich auch nicht. Smoker, kennt man. Smoke Connoisseur, kennt man auch. Smoke Freak, kenn ich nicht. Smoke Island, kennt man. Da bin ich gespannt drauf, ob die was Neues haben, wenn ja, ob die das verbessert haben. Ja, bin ich auch gespannt. Smokers. Sagt mir was, aber kann ich nicht zuordnen. Also ich kenn's nicht. Social Smoke, kennt man auf jeden Fall. Wär auch interessant, mal wieder zu testen. Ja, aber gerade mit den neuen Preisen. Wenn man's mal testen, weißt du, wie die Preise sind bei Social? Nee, aber ich geh davon aus, dass die halt trotzdem nochmal anheben werden und momentan sind die Preise ja eh schon exorbitant hoch. Ja, aber vielleicht gehen sie auch nicht hoch oder keine Ahnung, vielleicht machen sie auch mal was Neues. Allein deswegen könnten wir mal vorbeischauen. Also wenn ich dran vorbeilaufe, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Space Smoke, kennt man auch. Ja, Stahlspecht. Stahlspecht, sehr interessant. Bin ich mal gespannt, ob die was Neues am Start haben. Starbuzz, ebenfalls interessant, ob die was Neues haben. Ich weiß noch, Stahlspecht war, glaube ich, eins deiner ersten Gewinnspiele mit Shisha Union. Da hast du einen Stahlspecht verlost. Boah, das kann gut sein, aber sehr lange her. Das ist ewig her. Stimulation ist am Start. Da würde ich mir an eurer Stelle auf jeden Fall die Pro X3 doch mal direkt in Persona angucken. Das könnte sich lohnen. Stoney Smoke kenne ich, glaube ich, nicht. Rapper Tabak von San Diego. Ah ja, okay. Spongebobst-Typie. Ja, genau. Ja, genau. Tabaccio, keine Ahnung. Tipsy Tobacco, bin ich sehr gespannt. Waren ja lange vom Markt weg. Jetzt ist es Comeback. Und da bin ich gespannt. Trade Island wird am Start sein, der Eistierhersteller. Da kann man sich das ein oder andere Drinkchen gönnen. True Passion bin ich sehr gespannt. Hab ich auch sehr lange nicht mehr geraucht. Würde ich mir gerne mal wieder angucken. Uni Cream, keine Ahnung. Vintage, auch nicht. Keine Ahnung. Wendy Hooker, kenne ich auch nicht. Whitecloud ist, glaube ich, hier auch von den 0-3-0-Jungs, oder? Ich glaube auch, dass auch dieses Berlin, die macht Whitecloud nicht den Capital-Pratabak? Boah, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich glaube schon. Whoop Shisha ist am Start mit dem Shisha-Pair. Das fand ich krass, dass sie einen eigenen Stand haben. Finde ich auch krass, ja. Vielleicht ist es ein kleiner Stand oder so. Aber da bin ich auch gespannt. Auch cool, weil die Jungs kenne ich zum Beispiel nur aus dem Schriftverkehr auf Insta und Mail und so. Bin ich aber gespannt, die Jungs in echt kennenzulernen. XHooker werde ich auf jeden Fall dem lieben Tufan auch mal hallo. Also sagen, dann haben wir noch X-Racher, einen weiteren Wandenberg-Stand und dann als letztes noch Yakitsch-Cube. Den guten Herr Yakitsch sage ich auch auf jeden Fall immer hallo. Ja. Weil der ist auch immer nett. Ja. Und das waren die ganzen Aussteller. Was ich krass fand, so im Nachhinein, wo wir jetzt durchgegangen sind, doch relativ viele, die man nicht kennt. Sehr viel, ja. Mehr als ich gedacht hätte, auf jeden Fall. Ja. Es sind schon einige dabei, wo es mir gar nichts sagt. Ja, safe. Ich bin da super gespannt drauf, gerade bei den Neuen da mal vorbeizuschauen. Was ich halt beim besten geil finde. Du kontaktierst die Leute, triffst die Leute nicht erst über Instagram oder Schriftverkehr, sondern du kannst dich wirklich direkt in Person einfach mal unterhalten. Und es ist einfach viel angenehmer, in meinen Augen. Ja, finde ich auch. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ja, dann kommen wir abschließend noch mal zu einer kleinen Newsrunde. Ich würde aber sagen, die Pro X3 machen wir dann in der nächsten Folge. Da haben wir sie nämlich bestimmt auch schon da zum Rauchen. Dann können wir da noch besser drauf eingehen. Dann können wir sie auch direkt in der Videoform vom ShishaCast zeigen. Und das würde auch jetzt einfach den Rahmen sprengen. Ich glaube auch. Also ich will die jetzt auch nicht nur so kurz abhandeln. Ich kann euch nur sagen, zwei Sätze dazu. Ich habe sie geraucht. Das Hauptproblem für mich war bei der Pro X2 der Durchzug, der mir nicht gut genug war. Und das haben sie gefixt. Also von meiner Seite aus sehr, 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 sehr geil. Aber wenn ihr diesen ShishaCast hört, ist ja auch gestern schon mal ein Video rausgekommen. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Ansonsten könnt ihr es euch vielleicht noch angucken. Und geiles Ding. Also die Ecken, die bearbeitet werden mussten, meiner Meinung nach, wurden bearbeitet. Du, ich habe dir ja schon vor dem Cast gesagt, ich bin super gehypt drauf, weil ich einfach am Anfang, als die Ankündigung war, keine großen Erwartungen hatte. Ja. Weil es doch sehr, sehr schnell kam, der neue Release. Und ich konnte mir nicht vorstellen, was jetzt krass neues, innovatives reinkommt. Aber es sind ein paar Sachen. Deswegen bin ich immer so gespannter. Ja. Also es ist keine absolute Revolution. Der Spruch, der Slogan von Stimulation für die Pro X3 ist ja auch The best, even better. Und da kann ich sagen, haben die auf jeden Fall gemacht. Also die ist definitiv besser als die Vorgänger in einigen Bereichen. Und für alle, die noch keine Pro X haben, aber eine Vierschlauch haben wollen, die entlüften kann mit mehreren Leuten, ist das meine neue Top-Empfehlung. Okay. Ja. Wir haben aber noch ein paar andere News. Und zwar ist jetzt SK, Shisha-Kartell, offiziell raus. Ja. Wir hatten euch ja schon von dem ersten Event berichtet. Wir waren dann aber auch nochmal auf dem zweiten, auf dem eigentlichen Release-Event. Und der ist jetzt offiziell draußen mit sechs Sorten, die man jetzt kaufen kann. Einige davon habe ich euch ja schon im Video vorgestellt. Einige habt ihr bestimmt schon beim Alex gesehen. Ja, ihr habt es schon beide gesehen bei dir. Ach stimmt, ja. Wenn der Cast rauskommt, ist auch schon mein zweites Video dazu online. Hat man alle gesehen. Ja, true. Aber beim Alex sieht man bestimmt auch viele. Genau. Du hast ja noch von deiner Mixing-Session erzählt, die so gut war. Also auf jeden Fall sehr nice, dass sie jetzt raus sind. Und dann kamen auch noch neue Fog-Your-Life-Sorten raus. Genau. Und zwar kamen drei neue raus. Der Release war, während wir in Spanien waren. Und da war eigentlich nur bekannt, dass der Sour Lime Nana und der Waldbären Eis rauskommt. Und dann kam noch der Überraschungs-Release im Endeffekt. Und zwar kamen die Wassermelonen noch mit. Ja, voll wild. Wassermelone habe ich nicht probiert. Weil Wassermelon-Tabak renne ich eigentlich immer weg. Ich wurde gezwungen von Johannes, die Wassermelone zu testen. Du rausst jetzt Wassermelone! Und ich muss sagen, fand ich okay. Und man muss sagen, du bist sonst auch jemand, der Wassermelone absolut nicht ausstehen kann. Und ich konnte es auf jeden Fall rauchen. Ich glaube, die Wassermelone, weil sie, ich fand sie, also wie gesagt, Eindruck ist von einem Kopf, den Johannes gebaut hat. Mein Eindruck war, die ist relativ leicht und erfrischend, wenn du weißt, was ich meine. Also es ist nicht zu chemisch. Also ich habe auch nur dran gerochen und ich kann mir schon vorstellen, was du meinst. Und ich denke, ich werde mich auch tatsächlich mal an den Kopf ran trauen. Ob er mich überzeugen kann? Ich denke nicht, aber ja, riecht auf jeden Fall nach, von mir empfunden, einem der weniger schlimmen Wassermelonen-Flaver. Genau, also so würde ich da auch rangehen. Ja. Dann hast du noch ein neues, achso, ne, Waldbären-Eis können wir noch kurz drüber reden. Genau, Waldbären-Eis. Finde ich, ist für mich ein solider roter Bären-Mix. Die holen mich jetzt nie irgendwie geisteskrank ab, aber der ist absolut solide. Würde ich eins zu eins mitgehen. Und bei Limette muss ich sagen, ist das für mich genau dasselbe. Das ist eine nette Limette mit einer wirklichen Nana-Minze. Finde ich grundsolide. Für Leute, die auf so Limetten-Flavor und sowas stehen, die werden damit nichts falsch machen. Für mich persönlich ist es jetzt nicht der absolute Hit, aber grundsolide. Same. Same. Also meine Favoriten bei Fock Your Life bleiben trotzdem der Zitrone-Minze, der Cola und der marokkanische Minze. Trauben-Minze würde ich noch ergänzen. Der wäre bei mir dann auf Platz vier. Okay. Ja, bei mir würde Zitrone-Minze rausfallen. Echt? Ich. Magst du den nicht? Ne. Ach krass, okay. Ja, dann bei dir Traube-Cola-Minze und bei mir Zitrone-Minze. Ohne... Ach. Ihr wisst, was wir sagen wollen. Yes. Du hast noch ein neues Köpfchen, Alex. Zwei sogar. Zwei sogar. Und zwar einmal kam ja letztens von Shisha-Union, ich glaube, das Paket hast du auch bekommen. Und zwar so ein Paket mit ein paar Köpfen. Olymp. Habe ich vorher nicht wirklich gekannt. War ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch drüber, weil die fand es dann jetzt nicht so überzeugend aus. Und dann war ich letztens beim Ali. Und der Ali hat sich da so einen Kopf gebaut und ich so, was ist das für ein Kopf? Habe ich noch nie gesehen. Ja, das sind diese Ulumköpfe, die wir von Dennis bekommen. Und ich so, okay, ja. Und den findest du so gut? Und er so, meiner Meinung nach, bester Mählauchkopf. So nach dem Motto. So einer der besten Mählauchkopf. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich zu Hause bin, rauche ich den mal. Und ich muss sagen, da hat mich Ali hart geinfluenst. Weil das ist ein Mählauchkopf, der doch ein bisschen was an dem Po hat. Also nicht wie der Mumia, sondern es geht eher Richtung Pott. So ungefähr. Aber schon irgendwie so Richtung Turkish Bowl. Also keine Killer Bowl. Keine Killer Bowl, sondern Turkish Bowl. Mit Klausur innen drin. Und der läuft echt top. Also Hitze, Verteilung, Hitze, Annahme. Finde ich mega gut. Also der läuft momentan relativ häufig bei mir. Ansonsten habe ich... Ich war sehr, sehr lange am überlegen, ob ich mir den Kopf wirklich hole. Weil es eigentlich unnötig ist, in meiner Position sich noch einen extra Kopf zu kaufen. Aber ich konnte nicht widerstehen. Und zwar habe ich von Mason den Helix 2 gekauft. Ich muss kurz vorne wegnehmen. Ich habe mittlerweile echt eine kleine Abneigung gegen Mason. Gegen Mason allgemein? Ja. Okay, warum? Weil ich finde, die haben keinen guten Kopf. Ich finde, der Onyx ist unnötig schwer zu bauen. Und es gibt sehr gute Alternativen. Ich finde, der... Wie heißt nochmal? Nochmal der Kleine. Gravel. Gravel. Finde ich das Depot absolut nicht cool. Das ist mir viel zu tief und viel zu schmal. Gibt es auch viel bessere Alternativen. Für mich, für meinen Rauchvergnügen. Und den Helix habe ich noch nicht getestet. Sah aber von den Bildern auch nicht so aus, als ob ich den... Nee, Helix wüsste auch nicht mögen, weil der geht in Richtung Gravel vom Depot her. Ja, genau. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass der für mich nichts ist. Und habe mich gar nicht erst um einen gekümmert. Ich muss sagen, ich finde sowohl Gravel als auch den Helix 2 finde ich super angenehm zu rauchen. Also ich persönlich. Ja, aber wenn ich mir überlege, dass ich einen Wandenberg oder einen Hyphen nehmen könnte, dann sind die für mich einfach besser und kosten halt ein Drittel. Ja, das auf jeden Fall. Für mich ist das auch irgendwo nur Sammlung gewesen. Muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir den einfach gekauft, weil ich den Mason noch habe. Also irgendwie empfinde ich... Früher war ich auch ein bisschen in diesem Mason-Hype drin, aber mittlerweile gar nicht mehr. Die holen mich null ab. Ich habe kein Interesse an der Marke und an deren Produkten. Also ich verstehe auf jeden Fall... Für die Mundstücke sehen komisch aus. Die Mundstücke... Die Köpfe sind vom Depot her nicht so, wie ich mir einen Kopf mit Depot vorstelle. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, mit Gravel und Helix 2 bin ich auf jeden Fall happy. Also gerade in Helix 2 rauche ich momentan häufig. Ich muss auch dazu sagen, ich finde, der Gravel ist kein schlechter Kopf. Ja, nur für das, was er halt kostet und was er ist. Ja, also ich meine einfach nur, ich finde, der Gravel läuft nicht schlecht. Aber ich kann mir immer ganz einfach einen Kopf für weniger Geld holen, der für mich persönlich besser läuft. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen taucht ein Mason ja zum Beispiel auch nicht in meiner Empfehlungsliste auf. Weil ich würde niemals normalen Rauchern einen Mason empfehlen. Sehe ich einfach keinen Grund. Aber würdest du jetzt nicht sagen, jeder braucht einen Mason daheim? Nein, auf keinen Fall. Also in keinem Leben. Also bevor ich sagen würde, holt euch einen Mason, würde ich eher sagen, holt euch einen Stone. Ja, ich auch. Aber für mich ist es einfach so, ich feiere die Köpfe. Obwohl ich auch das nicht mehr sage. Ja, aber du verstehst meinen Gedanken. Also grundlegend finde ich an sich die beiden, also die Mason-Köpfe schön. Also in ihrer Besonderheit, was sie sind. Also gerade der Onyx ist einfach ein Hingucker in meinen Augen. Ja, also schön sind die alle. Auch der Gravel sieht cool aus. Eine sehr coole, besondere Form. Genau. Und deswegen für mich war das am Ende einfach nur so die Überlegung, will ich den in meiner Sammlung haben oder ist es zu unnötig? Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich in meiner Sammlung haben will. Habe zwar mit der Entscheidung auch sehr lange gerungen, aber als ich dann gesehen habe, dass es ohne die im Shop geholt hat, konnte ich nicht widerstehen. Hast du SWG 10 benutzt? Natürlich. Dummkopf. Ich habe auch noch ein neues Köpfchen. Und zwar habe ich mir den in Berlin mitgenommen, habe den aber eine ganze Zeit noch gar nicht geraucht. Ich glaube, den wird auch in Deutschland gar nicht offiziell vertrieben. Deswegen auch nur ein, zwei Sätze dazu. Und zwar ist es der Kopf von Andaluz Shisha, einem spanischen Blogger, der jetzt einen Kopf gemacht hat. Ist auch eine Türkisch-Bowl. Sehr tief, frisst relativ viel Tabak, war aber ein Mehrlochkopf, der mir von der Performance echt mal wieder Spaß gemacht hat. Hast du irgendeinen Vergleich? Nee. Okay. Du kannst den sehr, sehr gerne bei mir, ich bin bei Mehrlochkopf absolut nicht bewandert. Also ich kann dir jetzt keine krasse Analyse und Vergleiche bei verschiedenen Mehrlochköpfen mit Performance und Co. geben. Du kannst den sehr, sehr gerne mal bei mir rauchen und dann, du kennst, glaube ich, viel mehr Mehrlochköpfe. Deutlich besser als ich. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich kann nur sagen, ich habe den geraucht. Ich fand die Performance geil. Ich fand das Raucherlebnis geil. Durchzug war super. Also ich war mit dem Köpfchen echt happy. Und das kann ich nicht so oft sagen, wenn ich dann ein Mehrloch rauche. Oft rauche ich dann ein Mehrloch, weil ich mal wieder ein Mehrloch rauchen will. Denke mir dann aber trotzdem wieder, Funnel wäre geiler. Okay. Ich rauche wirklich sehr, sehr häufig mittlerweile Mehrloch wieder. Und ich habe den in Berlin einmal probiert und bin aber mal gespannt, wie die Performance ist, wenn ich den wirklich bei dir mit anderem Tabak ein bisschen breitere Auswahl bauen kann. Und auch in Ruhe. Und weil zum Beispiel in Berlin fand ich den okay. Da hätte ich zum Beispiel gesagt, hätte ich mir jetzt auch einen Lit Club nehmen können. Zum Beispiel. Also hätte ich mir lieber einen Lit Club genommen, als den. Achso, okay. Weil ich war ja gerade so, aber ein Lit Club ist auch ein Funnel. Ja, nee, also genau. Also da wäre ich auch bei deiner Seite gewesen. Aber ich habe ja normalerweise das Gefühl nicht, dass ich sage, ich hätte jetzt lieber ein Funnel als ein Mehrloch gebaut. Weil normalerweise bin ich mit der Performance, wenn ich einen Mehrloch bauen will, oder brauchen will, bin ich mit der Performance super zufrieden. Ja, verstehe. Ja, Freunde. Das waren schon wieder unsere News-Themen. Meine Pfeife ist auch schon absolut tot. Ja, Alex, meine so ein bisschen noch. Hab halt die Killerball. Ja, da geht halt einiges rein. Aber das soll es gewesen sein, Freunde. Wir hoffen, dass ihr alle auf dem Weg zur Shisha-Messe seid. Natürlich gut ankommen. Und wir werden da heute oder morgen oder am Sonntag treffen und da ein bisschen über unser gemeinsames Lieblingsthema quatschen können. Yes. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst uns sehr, sehr gerne Feedback auf Insta da. Directly Shisha Germany, Marvin Dutiné oder ihr sagt es uns auf der Messe. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.